Hallöchen liebe Zuschauerleinchen und herzlich willkommen zum heutigen Tag an dem wir Tomb Raider 4 und Tomb Raider 5 durchspielen werden mit allen Cutscenes laufen lassen mit allen Secrets ohne Medipacks und naja komplett halt der Ersatz dafür dass der Laraton ja leider wegen technischer Probleme hier vorendet Melly Dankeschön für deinen lieben Resub, 6. Resub im Jubiläum. Hallo Gulasch Gamer, Emtny, Intermezzo Mix, Mooki Magi, Irena, Melly, Thielny Ich würde sagen, wir starten, ne? Ah, lasst mir ein paar Sekunden Irgendwie hat er das, naja wir haben es gleich Umsehen, Rolle, so Und wir starten Hallo Egalal Nein mit Controller Aber ich musste gerade die Tasten entsprechend legen Und somit betreten wir diese geheiligte Stätte des Altertums Die ersten Schritte in diesem Grab seit Jahrhunderten An so einem Ort kriege ich Gänsehaut Nach Ihnen So, diese Secrets kennen wir ja im Grunde genommen Die Erinnerung dürfte noch frisch sein Nichts wie es scheint Versteckte Fallen und Fußangeln warten nur auf die Unvorsichtigen Bleiben Sie dicht bei mir und folgen Sie meinen Anweisungen Äh, hallo Ruha, herzlich willkommen und Hallöchen Kev Und danke Kuiaku für deinen 18. Resub Wegen des Wissens, das hierin liegt, sind schon viele gestorben Und nicht die schlechtesten Grausame Naturen haben dieses Wissen gegen ihr eigenes Ende eingetauscht Deshalb müssen wir diesen Ort respektieren Wir werden nicht vom Weg abweichen Und sie werden sich genau an meine Anweisungen halten Hier entlang Hier entlang So Hm Nicht so sehr vorstürmen, glaube ich Grabräuberin, die letzte Offenbarung Hallo auch, Lord Norfolk Das erste Hindernis Ein kleiner Hopser um ihren, wie sagt man, Mut zu testen Drücken und halten Sie die Gehen-Taste Danach drücken Sie auf Vorwärts Und hallo natürlich Louis Hast du den Patch nicht drauf Los kommen Sie, mein Kind Das ist nur ein kleiner Appetithappen Verglichen mit den Gefahren, die vor uns liegen Drücken Sie gleichzeitig auf Vorwärts Und springen Genau, ich habe mich tatsächlich für heute erstmal dagegen entschieden Denn uns sind ja letzte Woche tatsächlich ein paar Bugs aufgefallen, die da offenbar noch sind mit den Hitboxen Äh, ein Secret konnten wir mit Glitches sammeln Ich habe überlegt Gibt es noch solche Stellen, äh, im Spiel Und die gibt es Es gibt Stellen, wo wir auf Dinge schießen müssen, damit sie kaputt gehen Und ich habe aus Sicherheitsgründen dann lieber mal ohne den Patch gespielt Auch für Tomb Raider 5 Weil, weil ich mir einfach nicht sicher bin Ob das Spiel so durchspielbar ist Oder, also durchspielbar wäre es Aber ob wir vielleicht noch weiteren Problemen begegnen würden Was gerade in den späteren Abschnitten von TH4, äh, echt problematisch wäre Weil ich keine Alternativwege kenne Nur Geduld, mein Kind Mangelnder Respekt ist der Weg zur Sorglosigkeit Unser Weg liegt jenseits dieses Stroms Ja Diese Kluft ist schon breiter und der Rand heimtückisch Gehen Sie zunächst bis an den Rand Drücken Sie dann gleichzeitig auf Vorwärts und springen Wenn Sie in der Luft sind, drücken und halten Sie die Aktionstaste Und greifen Sie nach dem, was Sie zu fassen kriegen Ja, Alarmstufe Rot Also ich sag mal, vielleicht will ich doch lieber das Spiel einmal in einem anderen Kontext Mit diesem Patch durchspielen Bevor ich das hier im Laraton tue Also was heißt hier im Laraton? Es ist nicht wirklich der Laraton, aber ihr wisst, was ich meine Schinken Möchte doch unter keinen Umständen etwas auf Ihren Schinken verschütten Sakura, dankeschön Für den Respekt Hello So, ich, wir werden Werner gehen lassen, damit er seinen tollen Spruch sagt Seien Sie nun vorsichtig, mein Kind Für Inkompetenz haben wir keine Zeit Du scheiß Noob Okay, den hat Anthony gesniped Für Inkompetenz haben wir keine Zeit, du scheiß Noob Dankeschön für 100 Bits Heute wieder on point, euer Timing Ich bin stolz Ich bin unglaublich stolz Ja, ich hab Es tut mir so leid Ich hab meinen Wecker für zu spät gestellt Weil ich im Kopf hatte, es wäre 14 Uhr Ich hab nicht mal eine gute Entschuldigung Es ist die dämlichste, die es gibt Aber nun, hier sind wir jetzt Und für die, die gerade dazugekommen sind Kurze Zusammenfassung Der Laraton wurde ja leider während Tomb Raider 4 letzte Woche unterbrochen Weil Twitch mich nicht mehr streamen lassen wollte Hat mein Gesicht nicht gefallen Und deshalb spielen wir heute Tomb Raider 4 und 5 mit allen Secrets durch Lassen die Cutscenes durchlaufen Wie in einem Laraton halt Donner Ground Deine Frage dürfte ich gerade beantwortet haben Laufen Sie zur Wand Drücken Sie dann vorwärts Und halten Sie die Aktionstaste gedrückt Um zuzupacken Nun drücken Sie die rechte Pfeiltaste Um sich darüber zu schwingen Okay, bist entschuldigt Yay Ja, der Plan wäre Bevor auf YouTube dann Fragen kommen Wo sind Teil 4 und 5? Mal wieder Der Plan wäre Das heute durchzuspielen Und dann diese 5 Teile Also Tomb Raider 1, 2, 3 aus dem Laraton Und Tomb Raider 4 und 5 von heute Dann auf YouTube hochzuladen Hier geht es steil hinab Drehen Sie sich deshalb um Und wenden Sie sich von der Tür ab Drücken Sie gleichzeitig zurück Und die Aktionstaste Lassen Sie die Aktionstaste wieder los Damit Sie zu Boden fallen Und ich starte damit Sobald wir hier heute fertig sind So Wernerlein Das ist Ihre Chance Sich Ihren Lebensunterhalt zu verdienen Junges Vorlein Der Mechanismus zur Aktivierung der Brücke Liegt auf der anderen Seite des Stroms Diese Flüsse fließen durch Kammern und Höhlen Tief unter den prähistorischen Vorbergen Als Konsequenz Einfrieren würde ich mal sagen Haben Sie wieder mal eine Ihrer Gichtattacken, Werner? Äh Was ist Tomb Raider 1 Keep Running? Wir haben das mit Tomb Raider 2 schon gemacht Äh Und es bedeutet Genau wie der Name sagt Wir müssen die ganze Zeit laufen Und in Bewegung bleiben Wenn wir zu lange stehen Oder gehen Äh Stirbt Lara Einfach so Ähm Das ist ein kleines Skript Das ich geschrieben habe Weil ich die Idee Ziemlich witzig fand Die Idee habe ich von so einer Mission In GTA Vice City glaube ich Wo das Auto explodiert Wenn man Wenn man zu lange unter einer gewissen Geschwindigkeit bleibt Und Ja Tomb Raider 2 war damit Recht stressvoll Aber irgendwie cool Oder Ihren unvergleichlichen Seetang Nichts gefunden Lara? Na gut Verwenden Sie die Vorwärtstaste Und die Links- bzw. Rechtspfeiltasten Um sich über die Wasseroberfläche zu bewegen Wenn Sie die Küste erreicht haben Drücken Sie die Aktionstaste Und steigen aus dem Wasser Ja das war natürlich doof formuliert Die Idee habe ich von Jenny Und die Umsetzungsidee Habe ich von GTA Vice City Dieser Mission Suchen Sie nach einem Hebel oder Druckpunkt Ganz in der Nähe muss einer sein Wenn Sie ihn gefunden haben Drücken Sie die Aktionstaste Um ihn zu aktivieren Aber die grundsätzliche Idee Mach doch Dass du die ganze Zeit laufen musst Das war Jennys Idee Und in TH2 hatten wir das dann Wirklich Dass Lara explodiert Wenn ich zu lang stehen bleibe 1,8 Sekunden glaube ich Das geht in Tomb Raider 1 leider nicht Sie kriegt einfach einen Herzinfarkt Sie holen sich noch den Tod In diesen kleinen Love Ja genau die Mission Diese Fürsorge Ist doch sonst nicht ihre Art Liebste Lara Sie sind eine überaus wertvolle Karte In diesem Spiel Ist das so Wie alter Romantiker Ja manchmal jedenfalls Es gibt die kleine Möglichkeit Dass ich machen kann Das Marschieren Sie zur Leiter Und drücken Sie nun die Aktionstaste Um daran hochzuklettern Halten Sie die Taste weiter gedrückt Und verwenden Sie die Vorwärtstaste Um bis ganz nach oben zu klettern Es gibt die kleine Möglichkeit Dass ich machen kann Dass Lara zumindest brennt Und dann stirbt Äh Kirsch Kali Dankeschön für den vierten Resub Ist das hier die Fortsetzung zum Larathon Ja genau Ausrufezeichen Larathon Erklärt es Dort oben befindet sich ein weiterer Hebel Legen Sie ihn um Und kehren Sie danach So schnell es geht zurück Die Aufgabe ist fast gelöst Die Aufgabe ist fast gelöst Aber da bin ich mir nicht sicher Vergolden lassen können wir sie leider nicht Äh Vergolden lassen können wir sie leider nicht Weil Das nur im Midas Level Vorhanden ist Die Animation Ja es ist nicht wirklich eine Fortsetzung Des Larathons Es ist halt ein kleines Ein kleiner Ersatz für die Menschen Die sich auf Tomb Raider 4 und 5 Gefreut hätten Aber man muss ja nicht Worte auseinander nehmen Und sezieren Das macht es glaube ich nur verwirrender Wenn jemand nicht weiß Was er hier gerade sieht Ein kleiner Nachtrag Genau Ein PS Es gibt Leute die sich auf Tomb Raider 4 und 5 freuen Ich hatte zumindest einen Ein Zuschauer kann ich benennen Der Tomb Raider 4 halt noch nicht kannte Was ja auch Die Voraussetzung dafür ist Dass man sich darauf freut Ähm Ne eigentlich finde ich Tomb Raider 5 cool Aber ich weiß Dass es gern gehatet wird Das weiß ich gerade leider nicht mehr So hier ist natürlich eine Eine wunderschöne Stelle Tatsächlich Ein kleines Easter Egg Das ich sehr feiere Wer könnte bloß dieser Abenteurer sein Der hier in Kambodscha sein Ende gefunden hat Um welche bekannte Person Mit diesem Hut Und einer Peitsche Könnte es sich bloß handeln Davon steht nichts in meinem Heft Ich fürchte es lässt sich nur von innen öffnen Wir müssen unter dem Gitter hindurch Und auf mögliche Fallen achten Mit wir meinen sie mich Ich nehme mich an In der Tat Mein massiger Körper könnte mögliche Fallen auslösen Sie hingegen können unbemerkt passieren Wie passend Ich mag die Alternatividee Die der Chat hat Stellen sie sich vor das Gitter Drücken und halten sie nun die Hockentaste Gehen sie auf vorwärts Und kriechen sie durch den Spalt Seien sie auf der Hut Fünf Gold Du gibst mir fünf Gold Dafür dass du mein Leben zerstört hast So erstens für die Fortsetzung Und mein anderer wird nicht Wird sonst nicht angezeigt Weil Unterbrechung Dankeschön Mimi Vielen lieben Dank Für die liebe Donation Was meinst du mit deinem anderen Äh Hier fehlt ein kleines Detail Nein Quatsch Hatte keine Duckentaste So Werner Hundertmassige Kilo Kann er leider nicht durch Ich hab zu große Muskeln Ja das ist doch basically was er sagt Oder Acht Sekrete gibt es in Angkor Wat Anscheinend Wir sollten jetzt sieben haben Und die haben wir Ich hatte im Vierer eine Donation geschickt Aber das wird ja jetzt nicht angezeigt Ach du hattest donated als praktisch mein Internet dann Also nicht mein Internet sondern Twitch Dann keinen Bock mehr hatte Das tut mir leid Ronny von Croy Ja und so kam Lara An ihren Wunderschönen Rucksack Das mit der Grabräuberei begann anscheinend schon sehr früh Wünsche allen viel Spaß Jetzt nur noch stiller Zuschauer Dann viel Spaß beim stillen Zuschauen Und Yay Jetzt beginnt es Die Augen der Verstorbenen sind auf uns gerichtet Und ihre Rache ist fürchterlich Wir müssen schnell sein Um schneller laufen zu können Drücken und halten sie die Sprint-Taste Lara so gib mir diese Tasche Tauchen sie durch die Öffnung Tauchen sie durch die Öffnung Drücken sie springen um eine Tauchrolle auszuführen Was sie mit tauchen sie durch die Öffnung meinen Ist übrigens Hier gibt es eine Wand Die geht langsam zu Ich habe das ewig nicht gerafft Weil ich immer so unter Druck schnell gerannt bin Und dann durch war Bevor die Wand unten war Bevor die Wand überhaupt sichtbar war Sie haben also den Garten der Fünftürme gefunden Gut gemacht mein Kind Zur rechten sehen sie den Weg der Ketzer Zu ihrer linken erkennen sie den Pfad der Tugend Ich fühle mich so ketzerisch heute Ich fühle mich so ketzerisch heute Ich bin so froh Dass ich heute zuschauen kann Yay Willkommen Muckri Kid Jetzt wird es interessant Jetzt Jam ist gut Wie sie sehen ist das nichts für schwache Herzen Wie fühlen sie sich Kleines Ich könnte mich glatter angewöhnen Drücken sie zunächst auf vorwärts Dann drücken und halten sie die Aktionstaste Sobald sie am Vorsprung hängen Halten sie die Taste für das Kriechen gedrückt Und schlüpfen durch den Spalt Werden wir gerade noch so hinbekommen Behaupte ich mal Hinein Kleines Werner Werner Sie sind der geborene Tugendwächter Das ist das was er sonst sagt Äh was sie sonst sagt Zu ihnen Schwingen sie sich hinüber zum Alkofen Springen sie von der Kante Halten sie die Aktionstaste gedrückt Um nach der Weinranke zu greifen Nehmen sie die Finger von der Aktionstaste Die Weinranke Die gute alte Weinranke Ups Naja wir leben noch Die arme Weinranke Wo drei? Wo drei? Verdammter Betrüger Das War jetzt auch von meiner Seite Zugegeben ein bisschen unerwartet Das ist mir noch nie passiert Ich hab halt nicht mal gespeichert Weil ich es nicht für möglich hielt Dort zu sterben Aber nun Das ist das Ende von Tomb Raider Hier hätte es theoretisch enden können Und alle wären glücklich gewesen So viele Leben Wären gewahrt geblieben Und dieses Mal speichern wir vorher Der letzte Akt Sie sind eine muster Der Federhandschuh Auch wenn sie die oberste Grundregel Allen Abenteuers Noch nicht kennengelernt haben Den unbedingten Siegeswillen Koste es was es wolle Ich werfe ihnen den Federhandschuh hin Mein Kind Wer als erster die Iris erreicht Hat gewonnen Passen Sie gut auf sich auf Alter Mann Ich werde keine Rücksicht nehmen Ich habe auch nichts anderes erwartet Ich zähle bis drei Eins Zwei Wir befinden uns im Jahr 1984 In Kambodscha Was ist denn da los? Wartet Einfach mit Geduld Ja Hier sind wir doch Marco heute kein Skill Nein mein Skill Letzte Woche wäre ich überragend gewesen Heute bin ich nur ragend Oder ragend Oh Nein Ein Musterschüler Ja der unbedingte Siegeswillen ist da Was sonst noch da ist Nun Das könnte sie verunsichern Nicht so viel Einmal hier rum Werner ist halt unglaublich gut und talentiert Was Was Ich meine es geht da gerade aus weiter Yes Und Hab mich als Kind immer mega geärgert Dass Werner vor Ablauf des Zählens schon losgerannt ist Fand das voll unfair Ist es ja auch Ich meine was soll denn das Er sagt er zählt bis drei Und ich warte immer noch auf die drei Wo ist sie Wann kommt sie Wann kann das Rennen endlich losgehen Man vertraut ihm und so wird es einem gedankt Und als Lara dann am Ende Wenn er Wenn er halt stecken bleibt Einfach raus geht Ich glaub Das hätte sie vielleicht nicht getan Wenn Werner bis drei gezählt hätte Karma Es kommt immer zu einem zurück Die Schülerin übertrifft ihren Lehrer Ich ziehe den Hof ihrer Beweglichkeit Nehmen sie sich ihren Preis Von der Säureplatte Sie haben ihn sich verdient In der Zeit die sie gebraucht haben Um hierher zu finden Habe ich schon mal die Inschriften untersucht Sie drohen dem mit Vergeltung Der sie entfernt Alles alter Hokuspokus Vergessen sie diesen Nonsens Und kommen sie hierher Das hier hat nichts mehr mit vergifteten Pfeilen Und Grabpfeilen zu tun Wir sollten diesen Dingen Einfach mehr Respekt entgegen bringen Die Dualität des Werner Das sagt natürlich die berühlteste Archäologe Die die Welt je gesehen hat Nicht wahr? Nein Ich bin der renommierte Archäologe Und Abenteurer Werner von Kroy Und sie werden tun Was ich sage Gehen sie zur Wand Und legen sie den Hebel um Wie war das doch vorhin gleich? Mangelnder Respekt Ist der direkte Weg zur Sorglosigkeit? Gott wie ermüdend Legen sie endlich den Hebel um Miss Croft Auf ihre Verantwortung Herr von Kroy Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday M298 Happy Birthday to you Herzlich Willkommen und alles Gute Etwas mehr Vertrauen in meine Erfahrungen Mein Kind Und sie werden mehr lernen Was sagten sie? Mein Bein Mein Bein Mein Bein ist eingeklemmt Helfen sie mir Lara Lara Halten sie durch Ich bin schon unterwegs Mein Leg ist tripped Ja aber ist das Ist doch doof Wenn das dann mitten in der Woche ist Und Naja Wer hat am Dienstag Um 10 Uhr Zeit Den Lara Dator zu schauen Zum Beispiel Oh 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 Oh, come on. Das sowieso. Das sowieso. Das ist natürlich vollkommen richtig, Big Shell. Ja, unsere Abenteurerin hat überlebt. Allzu überraschend sollte das nicht sein, denn sonst wäre das ein eher kurzes Spiel. Und wir machen uns auf, die Sekrete zu sammeln. Fünf davon in diesem Level. Ja, das würde ich unterschreiben. Größer auch. Haben die Macher von der Potterkammer des Schreckens möglicherweise auch TH4 gespielt? Warum? Ich glaube, hier lungert und lauert das erste Secret. Genau. Eines der vielen, vielen Secrets, die theoretisch verpassbar sind. Genau wie Secret Nummer 2. Sobald dieser Raum hier voller Sand ist, kommt man da nicht mehr ran. Hallo Marco, wird irgendwann das Indie-Let's Play weitergeführt? Ja. Sobald mein seit August laufendes Jubiläum endet, möglicherweise auch schon früher, geht es damit weiter. Wie gesagt, möglicherweise auch schon früher, mir ist klar, dass, ja, ansonsten echt nicht vorhersehbar ist, wie lang das pausiert ist. War Dark Knight, danke schön für den achten Resort. Genieße deinen leckeren Schinken. Lass ihn dir schmecken. Batman, wo kommt Batman her? Ach, Dark Knight. Ja, stimmt. Macht Sinn. Das reicht schon, oder? Äh, da drin lägen theoretisch die Uzzis. In Tomb Raider 3 hat es ja schon damit angefangen, dass die Uzzis immer schwächer wurden und in Tomb Raider 4... Ich weiß nicht, ich benutze lieber die Pistolen als die Uzzis. Ich habe keine Ahnung, warum Kurde sein den Uzzis jegliche Stärke nehmen musste. Aber hier sind wir nun. Einmal diese beiden wunderschönen Dinge kombinieren und einsetzen. Wie ist das mit dem Jubiläumstream eigentlich so eskaliert? Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir plötzlich hier. Ups, einmal nach oben bitte. So, Schakale. Greißen ins Bars. Äh, beißen ins Gras, verdammt. Sie greißen in den Bass. Sie greißen in den Bass. Das ist verrückt. Ich so, ja, ich schätze, es werden dieses Jahr weniger als 160 Stunden. Nun. Äh, ich glaube, da drüber hüpfen. Ich glaube, das hier ist der richtige Weg. Ich glaube, ich habe recht. Genau. Aha. Hallo, Melli. Hallo, Melli. Hallo, Melli. So, ich weiß noch, dass ich das hier als Kind total schwer und nahezu nicht machbar fand. Und ich bin, naja, verwundert. Warum eigentlich? Denn im Grunde genommen ist es ja nun mal sehr simpel. Aber das, die Platten haben auch tatsächlich ein Problem. Wenn du ganz vorne auf einer Platte stehst und dann nach vorne springst, zur nächsten, äh, dann registriert der das irgendwie so, als wärst du davor auf die Platte gelaufen und das ist ganz furchtbar. Äh, ich glaube, ich war einfach super nervös, dass Lara hätte brennen können. Ich dachte halt wegen der Beleuchtung auch so, dass, das wär total gefährlich und alles. Aber im Grunde genommen ist das ja einer der sichersten Räume des Spiels. Also es kann hier nichts passieren. So. Man kann brennen dort? Das war gerade genauso knapp, wie es aussah. Und ich bin sehr geflasht und happy. Das hier gehört nicht mehr zum Lara-Ton. Also, der Lara-Ton musste ja leider unterbrochen werden. Und weil ein paar Leute sich Tomb Raider 4 und 5 trotzdem sehr gewünscht hätten, äh, spielen wir das Ganze nach. Okay, du öffnest dich. Ich weiß gar nicht, wodurch man das öffnet. Ich glaub, durch den Hebel neben der Sphinx. Das ist ein Nachwohlton. Die Felder, auf denen man gestanden hat, fangen an zu brennen, sobald man sie verlässt. Oh, lol. Es ist so lange her, dass ich gar nicht mehr... So hätte ich geguckt als Kind. Es ist so lange her, dass ich gar nicht mehr wusste, was passiert, wenn man's... ...wenn man's falsch macht. Jo. Damit haben wir auch schon alle Secrets dieses Spiels. Wir müssten bei 13 sein. Wir sind bei 13. Äh. Ich entschuldige mich für das Augen... Augenkrebs-Inventar. Und werde versuchen, es nicht so oft zu öffnen. Nicht öfter, als ich muss. Es ist auch sehr atmosphärisch und stimmungsvoll, auf jeden Fall. Wir haben jetzt alle Secrets, die es bis hierhin gibt. Ja. Und wir sammeln alle Secrets des Spiels. Wir sollten am Ende entweder 70 von 70 oder 71 von 70 haben. Man kann eins doppelt, äh, sammeln. Je nach Laune mach ich das entweder oder nicht. Aber auf jeden Fall sammeln wir jedes. Ich sag mal, beim ersten Durchspielen ist es auch deutlich länger. Es gibt gerade im ersten Raum auch ziemlich viele Nischen und, äh, so, die man sich dann halt genau ansieht. Dann das Secret mit den Ozzis und dieser echt dämlichen Falle. Ich finde die Falle bei den Ozzis. Ich finde es irgendwie sehr gefährlich. Das war... ...aufgelaufen. Warte mal, ich muss mich gerade dran erinnern, wie das hier nochmal geht. Ja, kann man so machen. Lara hat leider ein bisschen die Beine rasiert bekommen. Aber sie wird es überleben. The Legend of Marcus Jubiläum. Hallo zusammen. Hallöchen, Eddie. Tomb Raider 4 hat sehr viele Fallen. Sehr viele, äh, coole Fallen auch mal was, äh, was aufwendigeres als einfach nur irgendwelche Stacheln. Ich mag es. Er ist ja auch mein, mein zweitliebster Teil der Classics. Nach TR3. Ja. Ba ⁁, Ba Min интересно. Du-du-du. Ich glaube, ich habe als Kind auch so verzweifelt versucht, diese Mumien zu töten, wäre nie auf den Gedanken gekommen, einfach wegzulaufen. Ja, das stimmt schon. Also mir fallen gerade kaum Gegner aus den Vorgängern ein, die man nicht töten konnte. Fallen mir überhaupt welche ein? Gab es was, was man nicht töten konnte? Ja, Winston in Tomb Raider 3 ist doch, glaube ich, der erste, den man nicht töten kann. Genau, gehen wir erstmal da hoch. Und die Muränen natürlich, die Orcas theoretisch auch, aber die greifen dann ja auch nicht an. Die Orcas sind Tomb Raider 3. Äh, auch mit den Harpunen kannst du die Orcas nicht töten. Die sind unsterblich. Aber du musst es ja auch nicht, also die greifen dich ja auch nicht an. Ja, nun, das ist stark, ne? Das war natürlich nicht geplant. Ah, macht nichts. Was haben wir verloren? Eine Minute. Ähm, aber nein, das war nicht geplant. Ich habe ein Déjà-vu. Ist das nochmal der Anfang? Oh Gott, ich glaube aber, der Tod an sich ist letzte Woche auch passiert. Nur hatte ich direkt, äh, davor gespeichert. Hey, ich habe wieder vergessen zu speichern. So, diese Cutscene nicht abbrechbar. Wenn wir jetzt wieder bei Werner gelandet werden. Ne, so schlimm ist das mit dem Nicht-Speichern nicht. Ich wollte nochmal die Einzigartigkeit der Mumien demonstrieren. Klar. Oh mein Gott. Muränen und Piranhas sind natürlich so an sich auch nicht tötbar. Sie haben Rest. So, okay. Und dann sind wir gleich ja auch schon wieder da, wo wir starben. Und ich werde direkt speichern. Eine Demo davon. Project... Also Project Nomads war doch das, das Spiel danach von Core Design, richtig? Oder ist das ein anderes Spiel? Project Nomads. Nicht, dass ich das gerade verwechsel. Achso. Ne, dann ist das ein anderes Spiel. Project Nomads. Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dankeschön. Ich schreibe das mal kurz auf. Das ist eins von wenigen Spielen aus meiner Kindheit. Bei denen ich mich recht lang gefragt habe, wie hieß denn das nochmal? Und die Antwort ist ja. Das habe ich gespielt. Sicherlich nie durchgespielt. Aber ich fand das sehr, sehr cool. Wie lange dauert denn dieser spaßige Strim heute, bis Alarmstufe tot und noch viel weiter. Es ist möglich, dass wir Alarmstufe rot erreichen. Sicher bin ich mir da nicht. Ich kann es schwer einschätzen, um ehrlich zu sein. Dann auf jeden Fall diese Woche die beiden Spiele durchspielen und der Stream geht bis mindestens null. Vielleicht auch länger. Das gute alte Trichter saufen 3D. Äh. Ich bin gerade selbst überrascht davon, dass ich es nicht finde, aber hier müsste noch ein Secret sein. Vielleicht war das auf dem Weg zur Brücke. Ah, hier. Die arme Minibar. Immer dieses Spiel aus der Kindheit, wo man nicht weiß, ob man das wirklich gespielt hat oder nur fantasiert hat. Ja, wirklich. Ich kannte halt auch, hatte halt auch vage Erinnerungen ewig an so ein Panzerspiel. Das, äh. Wo man seinen Panzer in unterschiedliche Modi versetzen konnte. Wo ich mich ewig gefragt habe, gab es dieses Spiel wirklich oder gab es das nur in meinem Kopf? Und dann, dann finde ich das unter dem Namen Recoil einfach wieder. Und dachte so, es existierte! Ich hatte recht! So, Sekret Nummer 5. Ach du Scheiße! Recoil! Ich hatte immer nur davon gehört. Davon gehört? Recoiler! Keine Ahnung, wo das jetzt er kam. In den Magazinen damals. Das große Action-Spektakel. Ups. Alles, was hier wichtig ist, ist, dass man nicht am Rand landet. Dann kann man da einfach durchrennen. Was ich so komisch finde, weil es sehr untypisch für Tomb Raider ist, aber das gesamte Rätsel dieses drehenden Raums ist einfach nur, um ein bisschen Schaden zu vermeiden. Du, 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 du Grabt der Könige, wir haben 18 Secrets und das Level müsste 3 haben. 2 direkt am Anfang, 1 in der Mitte. Aber erstmal kommt eine wunderschöne geschnitten Szene. Was passiert eigentlich, wenn man hier für immer wartet? Hört der Sand auf? Oder tötet einen das Spiel? Ich speichere mal lieber. Nee, okay, das hört auf einfach. Ich spüre das, Ketschern. Ja, es ist vorhanden. Ich, Semerkat, der hohe Priester des Horrors, aber sage euch, derjenige, der das Amulett entfernt, entlässt auch Seth wieder in die Freiheit. Dann wird er, der in der Menschheit Morgendämmerung mit den Schakalen durchs Land zog, aufs neue Tod und Verwüstung über die Erde bringen. Richtig Seth. S бизнес. Seid, der Herrscher über das Böse. Seid, der Herrscher wird in die Freiheit entkommen. Seuchen und Heuschrecken werden seine Begleiter sein. Und unter dem zerrissenen Firmament verdirbt die Ernte. Mein vertrauenswürdiger Begleiter ist zurückgekehrt. Das Amulett, Frau! Einmal beschworen, birst das Firmament in tausend Stücke. Das Licht des Sonnengottes Horus wird Seid den Herrn der Finsternis bannen. ... ... Würde ich dir nicht empfehlen. Jaja, also diese Cutscenes sahen einfach so gut aus, so unglaublich gut. ... ... ... ... ... ... Hinter mir oder so? Ja. Und jedes Mal steht da so ein Typ und schießt demonstrativ auf Lara während der Cutscene. Aber es wirkt tatsächlich so, als würde er ihr keinen Schaden machen. So, zwei Secrets direkt vom Anfang aus. Einmal links, müsste hier sein. Entschuldigung. Das hier ist oben. Wir nehmen uns etwas von der leckeren Schrotflinten-Munition. Und dann noch was. Sie sind ja ein richtiger Secret-Guide, Marco. Ah, ja. Äh. Secret-Guide. Hier ist noch eine schöne Schrotflinte für Laras dritten Arm oder so. Und auf in den Jeep. Äh. Ich hab mitgenommen, was nützlich ist. Die Medi-Packs bringen uns ja nichts. Wir dürfen uns ja nicht heilen. Und die Ozi-Munition ist Schmutz. Tut mir ja leid. Aber so ist es. Okay. Okay, ich sehe, dieses Level wird erneut eher knapp vom Leben her. Nicht so knapp wie beim letzten Mal. Okay. Ja, Lara macht die Musik immer aus, wenn sie das Fahrzeug verlässt. Ups. Äh. Möchte da hinein. Danke. Blende-Granaten. Erstaunlicherweise gibt es einige Stellen, an denen die echt nützlich sein können. Sie ist nicht Mitglied im ARC. Och, nee. 21 Secrets müssen wir haben. Genau. Jetzt nur noch lebendig das Level beenden. Was. Was sich leichter anhört, als es ist, leider, glaube ich. Oh, das war's. Gibt diese Regel, keine Midi-Packs zu verwenden für den gesamten Laraton? Ja, schon immer. Laraton war immer... Ups, wieso steige ich aus? Erstmal Pause machen. Nein, Laraton war immer ohne Midi-Packs und alle Secret sammeln. Tut mir leid, dass ich die Mucke manchmal ausmachen muss. Ich finde es, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen doof, dass in so einem Fahrzeug-Level, wo man sich eigentlich freuen würde, Yay, Vollgas durch, so oft absteigen zu müssen. Aber nun. Achso, meine Notizen hier sind auf der falschen Seite. So. Können ja nicht alle das tibetische Hochland sein. Das war so super. Sobald ich da hochgehe, kommt da ein Gegnerlein. Aus dem Nichts geschlendert. Danke. Das ist wie mit Navi. Fahren, Song ist gut. Dann kommen 19.898 Ansagen, dass man abfahren muss. Nein, das war nicht knapp. Seile in Tomb Raider 4 funktionieren großartig. Möcht' hier mal wieder nach oben und so. Doppelseile in der Küstenruhe. Oh mein Gott, ja, ich weiß. Du meinst in den Katakomben. Ich glaube, das sind sogar... Sind das Supergranaten? Rote. Glaub' schon. Supergranaten. Okay, ja, das lohnt sich. Das sind Granaten, die du schießt und dann explodieren die und es kommen nochmal Granaten raus, die explodieren. Ist so vom Schaden her das Stärkste in diesem Spiel. Streumunition brauchen wir nicht. Hab' schocki krapfen. Jui. So, wir müssten genau 25 Secrets haben. Und die haben wir auch. So, wir müssen. So. 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 Moment, das sollte eigentlich nicht so sein, dass der mir entgegenkommt. Wo fahr ich denn hier lang? So, jetzt aber. Da rein. Ein Geisterfahrer. Da rein. Da rein. Da rein. Da rein. Da rein. Da rein. Das war's für heute. Also, ich seh sie jetzt wieder. Das ist so ein Anzeige-Bug bei Twitch. Semmelcat. Ich bin so doof. Ich blockiere ja gar nichts. Ähm. Übersetzt aus dem Hebräischen hasst das so viel wie derjenige, der das Amulett entfernt, entfesselt erneut, setzt dunkle Kräfte. Und Z sprach. Ich bin der Schatten über der Sonne. Der die Nacht durchflattert. Der Auslöse alle Seuchen. Mein Hass verzehrt das ganze Land und ist unersättlich. Doch nur, wer das Amulett bei sich trägt, besitzt die Macht im Tempel des Semmelcat, bei Karnak, den Sonnengott Horus anzurufen. Auf das dieser den teuflischen Set im Zaum halte. Die Zeremonie ist erst vollendet, wenn die Rüstung des Horus den Sonnengott anruft. Die Rüstung des Horus. Bei unseren Grabungen in Alexandria haben meine Leute voller Angst davon gesprochen. Also ist von Koi auch hinter der Rüstung her. Nur ein völliger Ignorant jener Prophezeiungen würde sich mit diesem Teufel einlassen. Hm. Nun gut. Set ist frei. Aber woher hättest du es auch wissen sollen? Es wird Zeit, die Dinge wieder zurechtzurücken und einen Dorn in meinem Auge zu entfernen. Dezember. Anscheinend spielt Tomb Raider 4 also im Dezember. Zumindest suggeriert das der Kalender, den unser guter Jean-Yves im Hintergrund hat. Die nächsten drei Level führen uns in den Karnak-Tempelkomplex. An sich mag ich sie, wenn man sie kennt. Beim ersten Mal spielen sind sie aber sehr verwirrend. Weil man Dinge über drei Level übergreifend in einer bestimmten Reihenfolge tun muss. Oh was? Links, Mitte, rein, runter, Kriechgang. Ist immer noch meine liebste Notiz zu einem Secret. Links, Mitte, rein, runter, Kriechgang. Und aus irgendeinem Grund finde ich es trotzdem. Wir haben ja schon letzte Woche herausgefunden, dass hier leider sonst nichts... Also es geht da noch rein in Räume mit Vasen, die kann man zerschießen, da ist Zeug drin. Nichts wertvolles, leider. Klarer Soft, danke schön für die liebe Donation. Ein kleiner Obolus für den weltbesten Schinkenritter. Danke für jahrelange gute Unterhaltung vom Abi bis zum Diplom. Yeah. Freut mich, dass es dir gefällt. So, was ist das? Es ist Mitte. Das ist im Wasser. Sind zwei Secrets sogar. Wenn ich das richtig interpretiere. Diplom. Äh. Weiß nicht, je nachdem wie lange das Studium gedauert hat, kann das noch sein. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Oder vielleicht sowas. Vielleicht, das kann ja auch sein. Ich glaube, hier müsste ein Secret sein. Genau. Ah. Verdammt. Verdammt. Ich habe Uzi-Munition gesammelt. Frechheit. Man darf sie doch keines Blickes würdigen. Und das zweite Secret. Äh. Gift. Bolzen. Dürften das sein. Ich frage mich, ob Marco jemals aus der Oblivion-Falle, äh, Jubiläums-Falle rauskommen wird. Wir werden sehen. Und ciao, Kirschkali, bis zum nächsten Mal. Das hatte ich falsche Erinnerung. Moment. Äh. Hier. Ja, so. Du bitte einmal. Eventuell merkt man mir an, dass ich Oblivion mag. Es hat auch eine Menge Spaß gemacht gestern. Jubiläum. Und ich dachte, ich hätte mal ausgeschlafen. Dü-dü. Ein Schalttür. Wann spielst du wieder Kaboccia? Äh. Äh. Das sah komisch aus. Wann spielst du wieder? Okay, hier ist nichts. Also, ich sehe da keine Gegenstände. Ich habe es irgendwie mal geschafft, die Hangelpartie komplett ignorierend darüber zu springen. Aber es war so langsam, schwierig und fummelig, dass ich glaube, ich spare damit nicht wirklich Zeit. Fummelig, genau. Fummelig, genau. Ich hoffe, es bin jetzt. Ich bin'sgepläst. so 29 müssten wir haben yes das ist schön prof beliefert den chat erneut mit essen diese kabel immer so auf in jetzt muss ich überlegen die höchstühlen halle dingsbums nicht hier hypo style halle ich habe den eindruck wenn ich jetzt in die wanne steige glaubt mir keiner dass ich nur bade bam 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 hinterher ich weiß zwar nicht wo wir sind und ob lange überhaupt aber hinterher auf jeden fall ja 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 nein 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 Was ist das? Das ist der heilige See, genau. Ich finde da ein echt schönes, atmosphärisches... High-Level, Unter-Level. Der heilige See ist... Der heilige Leel. Entschuldigung. Jedes Mal, wenn ich das sehe. Du siehst gut aus. Nein, du siehst gut aus. Nein, du siehst gut aus. Ähm, okay. Die heilige Pfütze. Ach so. Oh nein, nicht die hässlichste Pfütze aller Zeiten aus GTA 3. Remaster. Bitte nicht. Der Typ an der Wand ist übrigens Tod, Gott des Mondes, der Gelehrten und der Mathematik. Nee, das Spyro. Der ist anscheinend wirklich tot. Spyro mit dem Ibis-Kopf, ja. Er hat das Ibis-Power-Up gesammelt. Spyro mit dem Ibis-Kopf. Ähm... What the fuck? Okay, da kann man auch reinfallen. Alles gut, aber... Was ist das? Ach so. Nein, da kann man auch reinrico-Barberatetetet. Ich muss von Pizzaank darin ein bisschen 그래 und bin derechos für mich darin. Bom, okay. Ich mache den Wolf-Sermann. Das Ganze kann man auch im Alter sein. Ah. Man. Man. Ich mache noch mehr ein paarALL lectures. Ins sake. kurz mal luft holen ein leben in harmonie ich hasse es dass man hier dauernd an den wänden hängen bleibt okay ein bisschen mehr luft wieder geht es hier nicht ah genau dieser coole raum wo man nur im spiegel sieht dass dort keine decke ist so 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 Ich glaub, neue Luft holen brauchen wir gar nicht. Das hier zieht uns schnell genug durch. Oh, und im nächsten Level starten wir dann ohne Luft. Das wusste ich nicht. Also ohne Luft. Ich dachte, der Luftbalken wäre wieder voll. Oh, ich weiß nicht. Oh Gott. Krokodil? Ist das ein Krokodil, oder? Ach, keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Sehr schön blind gespielt an der Stelle. Äh, Arkengel, Hallöchen, herzlich willkommen. La, 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 la. Ich erinnere mich an die Szene aus den Clips, schwimmen und gleichzeitig schießen. Ja. Das ist so ein seltsamer Bug, auf den wir zufällig gestoßen sind. Das war beim heiligen See. Äh, wo geht's jetzt eigentlich weiter? Hauptraum geradeaus und dann rechts anscheinend. Lara ist Jesus. Sie kann auf Wasser laufen. Aber nur auf ganz bestimmtem Wasser. Das vorher mit einer nicht näher bezeichneten Substanz angereichert wurde. Jesus war so durch, eine Frau. Jesa. Hier so viele. Nein. Pfff. So, ich glaube, wir müssen nochmal in die Hypostyle-Halle. Äh, hallo, Tomb Raider Christopher. Herzlich willkommen. Marco, sorge dafür, dass Lara, dass Werner Lara am Ende nicht wieder im Stich lässt. Dann können wir vielleicht AOD verhindern. Ägypten-Werner, du hast mich im Stich gelassen. AOD wäre wahrscheinlich genauso passiert, aber Lara würde am Anfang sagen, Ägypten-Werner, du hast mich nicht im Stich gelassen. Äh, viel Spaß, Loni. Ägypten-Werner, du hast mich im Stich gelassen. Okay. Die beiden können echt unangenehm sein. Wisst ihr, ein 20 Minuten Raum mit Klettern und allem Möglichen einfach dadurch übersprungen, dass man den logischen Schluss zieht. Ich könnte ja auch von unten auf diese Kugel schießen. Äh, hallo, Game-Crookers. Stimmt, der Schuldige waren ausschließlich Ägypten-Werner. Die anderen Werners waren nicht beteiligt. Holla, Lara, holla, Marco, holla, holla, Chet, hallo, Nerio. Ghostplayer, danke für den 42. Resub. 42 Monate Marco und Tomb Raider verseucht. Danke dafür. Oh, das war's für mich. Achso. So, die drei Säulen müssten jetzt theoretisch alle zur Mitte zeigen. Äh. Äh. Die Kette. Stimmt. Hier gab es da eine Kette irgendwo. Da. Hinter mir. Da verbirgt sie sich. Lass du erstmal rumhusten. So, es wurde gespeichert. Wir sind sicher. Und ich glaube, da war was zu kombinieren. Hm. Genau. Die Sonnenscheibe mit dem Sonnentalisman. Ich halte ein Maiskorn hoch. Und ich halte das noch. Und ich halte das noch. Und hier links dürfte das einzige Secret des Levels lungern. Eigentlich müsste da jetzt voll das Popcorn rumfliegen. Zugegeben, das wäre sehr, sehr cool. Ich glaube, das hier ist ein Secret, das sich auch sehr lohnt. Da habe ich das Secret wohl falsch in Erinnerung. Upsi, das lohnt sich gar nicht so sehr. Ich glaube, das ist ein Secret, das ist ein Secret, das ist ein Secret. Ich muss euch leider enttäuschen. Popcorn wurde erst durch die europäische Wiederentdeckung der neuen Welt verfügbar. Nein! Wie haben die Menschen davor denn gelebt? No! Was ist das? So, wir müssten 30 von 30 Secrets haben, äh 30 von 70 und laufen auf dieses Tor zu. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Miss Croft! 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 Äh, da wäre es Secret Nummer 1. Vielleicht haben wir Glück und ich kann sie sogar aus dem Gedächtnis rekonstruieren. Sagt er und schaut auf seine Notizen, okay, der Punkt ist hinfällig. Ähm. Ja, das Spiel, das ägyptische Mensch ärger dich nicht äquivalent, das wir verlieren müssen, um alle Secrets zu bekommen. Das Spiel zu gewinnen gibt einem einen sehr kurzen Weg durch das Level, aber dann kriegt man halt die Secrets nicht. Es macht mehr Sinn, das alles in einem Stück zu haben. Beim Laraton war der Timer aus, aber der Laraton ist auch vorbei. Ich spiele nur Tomb Raider 4 und 5. Ähm. Weil einige Leute sich das gewünscht haben, weil wir während des Laratons ja leider nicht mehr damit fertig wurden. Mein Twitch, mein Stream leider nicht mehr wollte. Twitch hat mein Gesicht nicht mehr gefallen. Ich hab wieder zu viel gedacht. Nein. Wenn jetzt der Timer aber während des Laratons auf Null gehen, während dem hier auf Null gehen sollte, machen wir das trotzdem zu Ende. Also, keine Sorge. Wieso eigentlich? Es sieht doch aus wie immer. Ich weiß es nicht. Böse Twitch. So, man kann theoretisch hier auch weiterkommen, ohne die Sehnet-Regeln zu sammeln. Aber wenn wir schon hier sind, wegen des Secrets, ist das ein bisschen leichter. So, sehr knappe Feuerfalle. Kann sein, dass ich schon zu langsam war. Ne, hat geklappt. Schön. Äh, hier lasse ich mich vielleicht nicht runter. La, la, la. Boah, wie die Sonne gerade bei mir aufgeht. Zur Heft, zur Tomb Raider 4 Hoffnungsmelodie. Es ist wunderschön. Strahl, Co. Ja, ja, hier ist es auch sehr bewölkt. Es verschwindet jetzt auch wieder. Aber, äh, da war so ein kleines Loch in den Wolken. Das Timing war gerade einfach super. So, Leute. Freut ihr euch schon? Sehnet. Praktisch wie Mensch ärgere dich nicht. Ich habe drei Spielfiguren. Gegner hat drei Spielfiguren. Wir haben einen Würfel, der ein bisschen anders funktioniert. Äh, die weißen Felder zeigen die Augenzahl. Also viermal weiß ist vier. Das ist jetzt eine drei. Wenn alle Felder schwarz sind, ist das eine sechs und wir können nochmal würfeln. Außerdem gibt es auf dem Spielfeld so Ank-Felder. Wenn wir darauf landen, können wir ebenfalls nochmal ziehen. Und unser Ziel ist es zu verlieren. Also im Grunde genommen einfach darauf achten, keine Spielfiguren des Gegners zu zerstören. Auf so wenig Ank-Felder wie möglich zu treten. Das lief gerade eher doof. Und hoffen, dass die Spielfiguren des Gegners uns raushauen. Es ist wieder das Spiel, in dem Marco zu schlecht ist, um es zu verlieren. Ja nun. So, jetzt würden wir mit Rot zum Beispiel auf ein Ank-Feld gehen. Deshalb ziehe ich lieber mit Blau hier. Alles, was keine zwei ist, kann ich mit Rot machen. Jetzt halt keine vier mehr mit Rot. Das wäre doof. Nee, nee, nee. Okay, wir ziehen mit Grün. Oh nee, eine sechs gewürfelt. Also nochmal ziehen. Nächste mache ich mit Blau. Es ist noch eine sechs, okay. Also nochmal ziehen. Es ist eine zwei, okay. Nicht mit Rot. So. Und jetzt sind wir echt auf einem... Wir sind auf einem Ank-Feld gelandet und müssen deshalb nochmal ziehen. Ähm, es ist erneut eine zwei. Okay, mit Blau eine zwei. Dann darf der Gegner endlich auch wieder. Danke. So, was auch immer das ist, ich ziehe mit Grün. Eine vier. Eine vier. Auf einem Ank-Feld gelandet. Ah. Eine drei. Okay. Nicht auf einem Ank-Feld gelandet. Ja. Super. Wie er aber auch keine Figur reinkriegt. Ja. Danke. Ja. Okay. Es ist nahezu entschieden. Gegner wird gewinnen. Wir werden verlieren und das ist gut. Das ist das, was ich will. Also, Rot könnte ziehen. Blau ist rausgeschmissen. Jetzt nicht mit Grün ziehen. Yes. Sehr schön. Okay. Zen hat verloren. Das hier ist im glitchlosen All-Secrets-Run von Tomb Raider 4 halt auch immer so eine, so eine, eine sehr doofe Stelle. Weil es halt rein vom Zufall abhängt. Gut. Ein bisschen Taktik steckt drinnen, zugegeben. Aber letzten Endes entscheidet ja der Zufall, ob du gewinnst oder verlierst. Ja. Das war das Falsche. Es gibt hier eine Falltür. Wenn wir da reingehen, können wir noch ein Secret bekommen. Ja. Da. Dankeschön. Müssen wir drei der Secrets haben? Das war nicht so clever. Ich hatte nicht gespeichert. Komisch. Dad. Was? Das war's für heute. Autsch, Autsch, das hat wirklich wehgetan, 3000 Jahre später, eine Zukunftszivilisation hat ein Spiel, bei dem man das Mausoleum des Tales Gaming betritt, man muss an einer Stelle unter anderem gegen einen Teil breit an der Wand eine Passage aus Tomb Raider runnen, wenn man gewinnt, gibt es eine Abkürzung, wenn man verliert, kann man unterwegs zumindest einen Schinken sammeln. Letzteres ist auch leichter, weil Teilbreit eh immer durch das Minigame glitscht. Der gute Teilbreit, man kennt es. Glitscher durch und durch. Hier wollte ich hin. Eigentlich nicht, aber hier ist ein Secret. Glaube ich. Ah nein, das ist der Raum. Auch okay. Hoffe, wir werden auch in dem Mausoleum verewigt. Natürlich, die sagenumwobenen mystischen Schinkenritter dürfen noch nicht fehlen, bei so einer Attraktion. Die Mods sind die Schinkenwächter. Die Wächter des heiligen Schinken. An jeder Ecke eine Putenstatue. Selbstverständlich. Was sonst? Oh, ganz wichtig. Mein Motto für TH4 heute. Ich steig mal kurz auf, um Banditen zu essen. Okay. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird sich uns sicherlich zeigen. Da drüben wäre halt ein Secret. Oh, ein trauriger Schakal. Schakal. Ich muss ja zugeben, dass ich verwundert bin, gerade wo das andere Secret in diesem Raum nochmal war. Ich dachte, es wäre dieser Kriechgang. War es nicht? Es gibt zwei Stangen, die nach oben führen. Ha. Was? Wieso passt das so gut? Wieso funktioniert das so gut? Nein. Gut, da es zwei Stangen gibt, gehe ich einfach mal davon aus, dass eine Stange nicht zum Secret führt. 34 haben wir nämlich erst. 35 sollen es nach diesem Raum sein. Diese Stange ist nur der Rückweg. Okay. Ach, die Seile sind neu, oder? Äh, hm. Okay, von Seil zu Seil springen. Nichts erfüllt mich mehr mit Freude. Oh lol. Okay, gut. Kann man mal machen. Moment mal. Das hier ist der Rückweg, oder? Rückweg in Anführungszeichen. Dann, upsie. Dann war das andere wohl doch was anderes. Die Balancierpassagen aus TR5 sind aber noch schrecklicher. Das ist vollkommen richtig. Dann muss es die andere Stange gewesen sein. Oh Gott. Äh, ja. Okay, du bist auch nur ein Rückweg. Hä? Ja, dann weiß ich's nicht. Okay, äh, machen wir weiter. Doch, Lara. Dann hat man anscheinend 36 Secrets nach diesem Level. Ich weiß nur nicht, warum ich das dann falsch aufgeschrieben hab. Und es sind entsprechend 69 Secrets insgesamt. Type-Pride. ino-Kön포. van-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam. Nein! Du sollst da hochklettern, Lara. Möchtest du das bitte ziehen? Dankeschön. Ich glaube, wir werden gleich brennen. Oh. Oh mein Gott. Okay. So, hinunter. Wie macht man das Feuer aus? Dann müsste man halt nochmal an diesem zeitgesteuerten Hebel ziehen. Ich mag es nicht. Wenn ich jetzt diesen Raum verlasse, dann kann ich nicht mehr alle Secrets sammeln. Und es macht ja keinen Sinn, dass da ein Secret einfach fehlt. Ich glaube, ich muss es übersehen haben. Achso, wir hatten da ewig gerätselt, weiß aber nicht mehr, wie das dann gelöst wurde. Wie gesagt, ich glaube, wenn man nochmal an diesem Wandhebel zieht, geht das ganze Spiel einfach von vorne los. Hä? Nee, das hier ist nicht das Secret. Das ist der Raum, in dem wir eine Kartusche gefunden haben. Äh, gute Besserung, Magie. Gut, ich muss in die Lösung gucken oder so, bis gleich. Äh, habe ich falsche Erinnerungen, tatsächlich. Es gibt in diesem Level, also im Level gibt es sieben Secrets, das stimmt schon. Aber in diesem Raum gibt es keins mehr. Le Feuergeist. Oh, das ist ja wunderschön, wie viel Leben ich übrig habe. Ich glaube, ich lade mal. Und achte vielleicht darauf, nicht wieder genauso viel zu verlieren. Fina Holmes. Mh, Stress! Oh, oh nein. Es gibt halt noch ein wenig erzwungenen Schaden. Ich glaube, der reicht, um uns zu töten. Wenn der Feuergeist uns so sehr zugesetzt hat. Oh, das hier ist doch besser. Hallo, Terrorfreak, herzlich willkommen. Feuergeist dürfte abgelenkt sein. Mal sehen, ob es mir direkt gelingt, um diese Ecke zu springen ansonsten. Freuen wir uns auf ein bisschen Seil-Action. Ja, Seil-Action, das ist. Feuergeist, so könnte man auch Schnaps mit Chili gut nennen. So, hinüber zum fünften Secret. Das hatte ich nämlich vergessen. Dankeschön. Es ist super Ammo für den Granatwerfer. Ich bin glücklich. Ey, Fledermäuse sind... Einfach zu viel in diesem Spiel. Maja Puffer mit Feuergeist will haben. Einmal bitte drehen, danke. Drehen Sie sich. Ich bin glücklich. Nein! Ich möchte diese Fackel bitte da unten haben. Und dann auf den Weg mit den Fledermäusen. So, jetzt sind wir das Rätselraten. Wo ist die Fackel gelandet? Ich glaube, ich sehe sie. Ich glaube, ich sehe sie. Ich bin glücklich. 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 Nein, nicht die Falle. Bitte sei nicht jene Fall. Och, nö. Ja, ich habe schon damit gerechnet. So gefühlt die, die, die nervigste Falle, die Tomb Raider als Serie jemals hervorgebracht hat. Normale Granaten. Äh, irgendwo müsste es auch noch einen Hebel geben. Ah, ne. Es reicht, das Medipack zu sammeln. Ich bin ja hoch erfreut, dass das mit dem Leben hier so überhaupt nicht knapp wurde. Oh, nein. Und ein letztes Mal Seilaktionen. Oh, nein. Oh, nein. Mietz, 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 komm doch, komm doch. Das sind die schlimmsten Stellen überhaupt. Die Seilsprungpassagen, ja, definitiv. Das lief aber dieses Mal sehr gut, muss man sagen. Bin ich leider gezwungen zuzugeben. Ich weiß nicht, warum Lara noch lebt. Oh. Einmal da durch, bitte. Das ist nicht, was ich gewollt habe. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dem Gott des Lichts diente in der Zeit der Plagen. Die Verkündung dieser Inschrift kann nur eins bedeuten. Der Fürster Dunkelheit ist frei. Set streift durch die Welt der Sterblichen und hebt seine Schattenarmee aus. Derjenige, der das Amulett entfernt und die dunkle Macht des Zed in die Falt entlässt, soll Oros, den Sonnengott, bespüren. Denn nur die Macht des Lichts wird ihm je wieder in den Känken können. Dankeschön, Berlin. Mit Hilfe der Macht des Amuletts und der Rüstung des Horrors möge Set, der Unsterbliche, eingekerkert bleiben für alle Zeit. Beschwöre die Macht des Horrors im Lichte tausendjähriger Sternbilder. Hier in seinem Tempel neben der Pyramide, die nicht altern will. Mitten in sein steinernes Ebenbild hinein. Wieder einmal ist er aufgerufen, Amulett und Rüstung, Set zu bekämpfen und zu besiegen. So, das sind wir wieder bereit für etlichen Schabernack. Oh, sehr schön. Volles Leben. Ich bin noch nie mit vollem Leben hier unten angekommen. Zwei, drei und vier. Hier zu speichern ergibt übrigens keinen Sinn, weil das mal das Rad gedreht hat. Äh, sieht man da nicht. Hast du eben ein Secret übersprungen? Nee. Wir haben 37 und das ist genau die Zahl, die wir hier haben sollten. Ups. Ja, okay. Ein bisschen Schaden dann von mir aus. Was soll's. Man erreicht halt den Zug in der Wüste mit genau 40 Secrets. Wodurch man dann denken könnte, oh, ich hab mehr als die Hälfte des Spiels geschafft. Und es ist einfach das erste Viertel. Ups, äh... Da. Ja, ich... Ich geh ja schon außen rum. Die Pyramide klappt sich auf. Äh, da. Die Pyramide zieht weiter. Moment. Holen wir doch direkt Secret Nummer 1 dieses Levels. Was wohl das Äquivalent zu Semerkats Modellbausaal in Talesgaming's Mausoleum wäre. Hm. Ich beeine einen Nachbau des Chats. Zusammen mit der Lurker-Ecke, dem Buffet. Der viel zu langen Zuschauer-Coach. Wir haben eine Couch. Ja. Nein, einen Couch habt ihr nicht. Aber ihr habt ein Sofa, das sehr, sehr lang ist und sich schlängelt. Wie so eine Spaghetti. Das Spaghetti-Sofa. Das Spaghetti-Sofa. Das Spaghetti-Sofa. Ja, okay, ein bisschen Schaden schadet nie. Wobei doch, das ist genau das, was Schaden üblicherweise tut. So, dann einmal da durch. So, dann noch mal wieder. So, Stierko, komm her, zeig uns was du kannst, oh mein Gott, der wird Speed drauf haben. Ja, das ist okay. Das war schön, sehr schön. Bitte genauso gut nochmal hier. Ja, das hat ein bisschen wehgetan, aber ich lebe noch. Ich lebe noch mal hier. Luke Skywalker, wo ist sie nur? Da, okay. Äh, die Richtung. Okay, das ist das erste Mal, dass mich diese Falle tötet. Ripp, ja nun, das ist richtig. Okay, dann weiß ich jetzt aber auch, wenn ich oben bin, kann ich direkt rechts rumlaufen. Der arme Luke, einer meiner besten Männer. Er hat schon vier Angriffe überlebt. Tomb Raider 4 hat ganz schön viele untötbare Gegner. Das stimmt. Mumien, Skelette, äh, der Wächter des Seemerkat. Eisgeister, Feuergeister. So, dieses Mal nicht direkt nach hinten laufen. Das tötet Menschen, Karl. Set. Stimmt, auch der einzige untötbare Boss. Ja, wir müssen den einmal hier weg. Der Wächter muss auch überleben. Er ist zwar grob, aber hinreißend. Ach so, ja dann. So, und wir müssen jetzt genau 40 Secrets haben. Die haben wir. Auf zum Zug. Gut, okay, ja, das stimmt. Die Untoten sind per Explosiv-Munition natürlich doch zerstörbar. Hatte ich jetzt irgendwie gar nicht... Hatte ich jetzt irgendwie ganz vergessen. Und indirekt sind ja auch die Eisgeister zerstörbar. Hände an den Kopf. Da. Deine Belegschaft wird voraussichtlich etwas später eintreffen. Du, 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 du. Mein Lieblings-Level und das völlig zu Recht, wie ich finde. Geht. Dann. Die Begleiter-Level-Level und das völlig zu Recht. nackig gerade. Äh, das wäre mir neu. Also, das habe ich nicht gesehen. Achso, natürlich. Wenn Lara seine Kleidung anhat, dann muss er ja nackig sein. Denn er kann ja schlecht auch seine Kleidung anhaben. Die Ninjas aus dem Level habe ich aus Lego nachgebaut. No. So. Hast du die Typen auf den Autos mal geblendet, wenn sie noch auf denen stehen? Ja. Schon sehr oft. Letzte Woche erst, um genau zu sein. Stimmt. Revolver-Munition nehmen wir natürlich immer sehr gerne. mit. Nein. Oh. Ich will eigentlich da runter. Mehr so. Gut. So. Ah! Ah! So, unser neuer treuer Begleiter, die Armbrust, äh, nicht die Armbrust, die Brechstange, erlaubt es uns, die verbleibenden Secrets uns zu gönnen. Das hier ist eins, das sich sehr lohnt. Es handelt sich um den Granatwerfer. Äh, Granatwerfer. Ich möchte mal die Leuchtpatronen. Die Blendgranaten. Ich liebe es. Es ist einfach absolut großartig. Und die sind gerade übrigens beide, weil sie verzögert abgesprungen sind, in ihren Tod gestürzt. So, hier erwartet uns auch schon das... Es war nicht hier, es war gegenüber anscheinend. Ja, erwartet uns auch schon das letzte Secret. 43 müssen wir haben, 43 haben wir. Und jetzt kommt meine absolut, absolute Lieblingsstelle. Die aller Tomb Raider Teile. Hups. Ich liebe es. Das ist wunderschön. Willkommen in Alexandria. Ist ein Tomb Raider 4 Playthrough überhaupt gültig, wenn man sie im Zug nicht abstürzen lässt? Ich weiß es nicht. Ich denke nicht. GG, dankeschön. Jetzt wäre er. Easy. Ich schmiede mein eigenes Glück. Lara, du lebst. Ich hatte große Angst um dich. Was? Von Koi hat das Amulett. Ah, das ist schlecht. Aber noch hat er die Rüstung nicht in den Fingern. Noch haben wir Zeit, uns aufs Set vorzubereiten. Jean, ich bin müde. Gib dem Mädchen eine kleine Pause. Schinken. Wenn hier alles vorbei ist, kannst du dich gerne ausruhen lassen. Gib dem Mädchen einen kleinen Schinken. Aber jetzt müssen wir Gas geben. Meine Leute tauchen in der Bucht nach den Überresten von Kleopatra's Palast. Dankeschön, blauer, äh, Mokimagi. Ja, sie hat die Bedeutung der Rüstung erkannt und sie hierher bringen lassen. Einiges ist später zwar zerstört worden, aber... Und wo soll ich deiner Meinung nach mit meiner Suche beginnen? In den Katakomben unterhalb von Alexandria. Meine Leute haben einige Zimmer ausgegraben, die direkt mit der großen Bibliothek verbunden waren. Das würde mir der wahren Lag des Palastes übereinstimmen. Wir müssen bloß noch einen Weg finden, hineinzukommen. Aber du... Bring mich dorthin. Es gibt da ein Problem. Von Kreu. Von Kreu. Ja, seine Grabungen dehnen sich immer weiter aus und kreuzten viele meiner eigenen Tunnel. Klar, dass meine Leute keinen Handschlag mehr tun, wenn von Kreu mit seiner Mörderbande hier auftaucht. Es wird also Zeit, dass ich mich Werners ergebender Mannschaft einmal anschließe. Du musst zunächst in die Katakomben. Von Kreu hat sie völlig verhammelt und es wird nicht mehr lange dauern, bis er die Rüstung gefunden hat. Nur über meine Leiche. Auch das fürchte ich. Ich werde hier auf Neuigkeiten warten. Komm zurück, wenn du glaubst, ich könnte dir irgendwie behilflich sein. Viel Glück, Clara. Ich glaube, du kannst es gebrauchen. Ich schmiede mir mein eigenes Glück. Lara, einfach so. Ich brauche kein Glück. Ich bin besser. Finde, die haben Jean-Yves Haus so schön und detailliert gemacht. Das ist tatsächlich richtig. Also auch im Kontrast zu vielen der anderen Räume. Meine gut, im Prinzip sind es so fünf Gegenstände. Aber die findet man nirgendwo sonst. Das hat einen ganz bestimmten Grund, dass ich die Fackel ziehe. Wenn ich den Hebel gezogen habe, kann ich die Fackel nämlich dann wegwerfen und direkt zurückspringen. Um zu verhindern, dass diese giftigen Skorpione mich, naja, vergiften. So, ich glaube, was hier drin war, lohnte sich. Uh. Ja, hm. Unter normalen Umständen würde es sich lohnen. Ups, da ist der Zug. Da will ich nicht hin. Marion von Stengel. Ab fünf Gegenständen zählt es als eingerichteter Raum. Naja, einige dieser fünf Gegenstände sind ja auch noch kopiert. Insofern. Es ist schon ein bisschen mehr Liebe nötig. Auf zu den ägyptischen Abenteuern. Ich hatte mir im Kopf diese Stelle gemerkt. Ich dachte, das wäre die, wo ich hinspringen muss. Aber nee, das ist die eine Platte hier, die Stacheln hat. Gut. Hier liegt die Armbrüst. GG. Dankeschön, Dankeschön. Ähm. Wir wechseln mal zur Explosiv-Ammo. Tomb Raider 4. Tomb Raider 3, 4 und 5 haben im Deutschen, glaube ich, dieselbe Sprecherin. Oder war das anders? Oder hatte Tomb Raider 3 eine Sprecherin, die da nicht mehr zurückkam? Oh Gott. Wieso vergesse ich das immer? War das ein Spiegel? Ja, das war ein Spiegel. Äh. Wir haben jetzt was gesammelt. Eine Münze, genau. Bis Underworld war es Marion von Spiegel. Äh, von Stengel. Ah, okay. Th3 war so eine eigene Sprecherin. Glaub, die wäre mein Favorit. Von den Tomb Raider Sprecherinnen. Konnte die PS1 das verarbeiten? Äh. Also wirkliche Spiegelungen nicht. Nun muss man dazu aber wissen, dieser Spiegel ist nicht wirklich ein Spiegel, sondern einfach derselbe Raum gespiegelt mit einer Lara dahinter. Und einem kleinen Filter drüber. Im Grunde genommen so wie Spiegel in dieser Zeit eigentlich immer liefen. Brain Freeze. Was zur Hölle ist das denn? Ich weiß es nicht. Aber es ist die einzige Möglichkeit in Ägypten an einen Besen zu kommen anscheinend. Und einen Haken. Richard Braintree. Richard Gehirnbaum. Naja, es wirkt genau wie ein Spiegel. Und es gibt an sich nichts auszusetzen an der... an der... Methode. Genau, Lara sagt auch Nein, nichts auszusetzen. Spätere Spiele wie zum Beispiel Soul Reaver 2 und Silent Hill 2 benutzen. Dieselbe Technik bei ihrem Spiegel. Irgendwann sind Spiele dann dazu übergegangen, das einfach nur noch milchig zu machen. Und ich finde das ein bisschen schade. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich wusste nur, dass ihre Stimme so klingt wie Lara. Also ich weiß nicht, ob das Skyrim jetzt Marion von Stengel ist oder die TR3-Sprechern. Ich würde aber auf Letzteres, also Marion von Stengel, wetten. Passt perfekt zu Lara. Ich glaube nur, dass Sie alles nachschönen können. Oh, ein Blatt um zwei auch, wirklich krass. Ich spiel's nicht, nein. Aus Rot und Grütze hat mein Hirn gerade Rotze gemacht. Warum? Egal, er ist jetzt weg. Nötig wär's nicht gewesen. Also ich spiel hier tatsächlich hin und wieder die Harry Potter Spiele Klassiker, die älteren. Aber an Hogwarts Legacy hab ich kein Interesse. Brechstange. Ja, ich muss ja nicht begründen, warum ich ein Spiel nicht spiele, weil dann hätte ich sehr viel zu begründen. Ähm, glaub ich. Ich wäre ja nur noch damit dran, eine alphabetische Liste aller Spiele, die je released wurde, abzuarbeiten. Das spiel ich nicht. Deshalb, das spiel ich nicht. Ich glaube, das führt zu nichts. Oh nein, nur noch sieben Stunden. Wieso spielst du Pong nicht? Es liegt an der Milch. Warum spielst du kein cooler World? Warum hast du cooler World? Und was ist das überhaupt? Wann spielst du alle Teile von GTA durch? Wann spielst du alle Teile von GTA durch? Die, die mir besonders gefallen, tatsächlich schon gestrümmt. In diesem Jubiläum, übrigens. Gut, okay. Ich schätze, Vice City Stories und Liberty City Stories waren vor dem Jubiläum. Hallöchen, Perry, Mary, oder so ähnlich. Herzlich willkommen. Warum hast du GTA 1 und 2? Ich kann damit leider einfach nichts anfangen. Tut mir leid. Sie sind bestimmt richtig tolle Spiele für das, was sie sind. Aber ich kann mit 2D-Spielen irgendwie meistens nichts anfangen. Und da ist das auch der Fall. Äh, warte. Da steht der Grund. Jetzt will ich cooler World Remastered. Lul... Lul... Lula World. Gut. GTA 2 war mein erstes GTA. Aber ich war nicht gut. Aber natürlich schon 18. Natürlich. Ähm... GTA 2 war auch mein erstes GTA. Verstehe das nicht falsch. Ich mochte es halt nur nicht so. Weil es... Naja, von oben die Perspektive hat mich sehr gestört. Und... Es hat mich gemeldet. Mit mir. Du bist sogar verpflichtet. Also du kannst diesen Text nicht schreiben, Maggi. Und dann nicht den Trailer reinposten. Ich muss dieses Spiel sofort sehen. Fuck. 2. Von Ritual Entertainment. Äh, ich mute das lieber mal. Wer weiß, was das für Musik ist. Äh... F-A-K-K-2. Das steht nun... Auch... Auf meinem... Zettel, auf dem Project Nomads gerade landete. Ja, das sieht irgendwie interessant aus. Ist das im Rahmen der TOS? Finden wir es heraus. Ich hab schon wieder vergessen, die... Streamaufzeichnung von gestern freizuschalten. Weil ich das jetzt von Hand machen muss. Werd hier grad richtiger Gangster. So schnell kann es gehen. Wieder ein Spiel, in dem halt... So. Ziehen Sie diese komische Säule, bitte. Kennt hier noch wer Lagowind. Ah. Was ist denn das? Hm. Ne. Tatsächlich nicht. Ja, ich lerne dazu, Pablo. Ich lerne dazu. Ja, Lula brauche ich jetzt nicht zu googeln. Lula brauche ich auch nicht zu streamen. Ich lade einfach ein Video hoch, nenne es Lula 3D. in Klammern zensierte Version. Und es ist einfach ein schwarzer Bildschirm, der so acht Stunden geht. Aber ein liebevoll gestalteter schwarzer Bildschirm. Ja. 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 Wir müssen hier leider ein bisschen warten, bis das Seil sich beruhigt hat. Vorher macht das alles wenig Sinn. Und jetzt beten. Nein. Meine Gebete wurden nicht erhöht. Dann halt so. Beten. Alter. Und beim kompulierenden Pärchen fehlt dem Herrn tatsächlich der Anhang. Dann geht's ihm so, wie den meisten meiner Mails, die ich verschicke, bei denen einer dabei sein soll. Ich werde die Seilmechanik nie verstehen. Nein, die Entwickler auch nicht. Also keine Sorge. Es gibt da nicht viel zu verstehen. Du bist am Seil, du bist am Arsch. Den Seilsprung hasse sogar ich. Dabei ist Christopher sonst so ein friedfertiger Mensch. Aber bei diesem Seilsprung packt er die Kettensäge aus. Nehmt euch dann besser in Acht. Ähm. Ja. Ja. Falsch. Also, ich weiß grad gar nicht, ob es eine Rolle spielt. Aber ich starte lieber auf dieser Seite. Da gehol. Hallöchen. Herzlich willkommen zu Toon Raider 4. Mit allen Secrets. Und. Ohne Midi-Packs. Was? Äh. Ist das nicht zu weit? Ne. Okay. Ich glaub dieses Mal speicher ich. So. Schrot Mini ist, auch wenn's keine Absicht war, schon ganz passend. Äh. Das ist die White Shot Ammo. Die blaue. Hm. Die ist nahezu nutzlos. Die macht halt nicht wirklich nennenswert Schaden. Also, es ist immer so ein bisschen ne Berechnung. Äh. Lohnt es sich? Das ist nicht Laraton. Genau. Das ist praktisch. Äh. Äh. Der Laraton. Wurde ja leider von technischen Gründen unterbrochen. Und. Und. Ich spiele aber nochmal Toon Vader 4 und 5. Unter denselben Regeln. Mit allen Cutscenes. Und so weiter. Was sich das doch ein paar Leute gewünscht hatten. Äh. Das ist der Zombie-Ton. Äh. Zombie-Ton. Der Rest vom toten Laraton. Pepperhands. Ja. Das Blaue ist die Streumunition. Genau. Und die ist irgendwie nicht so cool. Wir haben ein bisschen was aufgesammelt am Anfang. Das äh. Kann man sinnvoll verwenden, wenn dann unsere Rote leer ist. Und wir Skelette in Wasser schießen wollen. Aber. Ansonsten jetzt nicht so nützlich. Ansonsten jetzt nicht so nützlich. So. 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 Das ist auch equival. Also, die Blaue streut halt sehr. Und das heißt, damit du überhaupt wirklich Nennenswertschaden an einem Gegner machst, jetzt im Vergleich zu Roten, musst du absurd nah dran stehen und dann noch 10 Gebete an vermutlich 11 unterschiedliche Götter richten. Es ist jetzt nicht so, dass es sich allgemein nicht lohnt. Du stehst mit der blauen Munition besser da als mit den Pistolen. Aber für unsere Zwecke haben wir genug Alternativen. Deshalb lasse ich die Blaue ziemlich oft liegen. Immer die alten Naiven, mit denen kann man es ja machen. 10 Gebete an 11 Götter, damit die Muni trifft. Dann müssen sich ja 2 Götter ein Gebet teilen. Das kann nicht funktionieren. Tja, siehste, das ist Teil des Problems. Hier sieht man aber auch schön meine Inkonsistenz. Jetzt habe ich sie zum Beispiel gesammelt. Was ist mit der guten Harpune? Gibt es in Tomb Raider 4 und 5 nicht mehr. Es gibt in Tomb Raider 4 einen einzigen Unterwassergegner. Und in Tomb Raider 5 gar keine mehr. Ja, doch, doch. Gar keine mehr. Ja, die Blaue ist halt in der Ferne sogar noch schlechter. Weil die streut praktisch und... Äh... Ja. Ja. Ja, die Seehexe ist ein Unterwassergegner, du hast recht. Aber den kann man ja nicht auf konventionelle Weise verwunden. Okay, den Hai ja auch nicht. Man hat ja keine Waffen. Oh mein Gott, das weiß ich gerade gar nicht. Kann man den Hammerhai in Tomb Raider 4... ...töten? Oh Gott, ich glaube ja. Da ist so ein Luftloch oben. Da kann man rein und ihn dann töten. Ja gut, aber für diesen einen Unterwassergegner... ...hat sich das vermutlich aus Sicht der Entwickler nicht gelohnt. Äh... ...die Harpunenwaffe einzufügen. Ja okay, den Hai kann man dann anscheinend tatsächlich töten. Aber es ist halt nur der eine. Bei der Seehexe weiß ich aber, dass sie nicht verwundbar ist. Stimmt, stimmt, hast recht. Man läuft ja ohnehin ohne Waffen rum. Die Armbrust ist wahrscheinlich im Quellcode Harpoon-Dotzi. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Weil es gibt halt keinen wirklichen Grund, sie haben nichts nennenswertes von der Harpune wiederverwendet. Noch nicht mal das Steckenbleiben der Bolzen in der Wand. Oder das Runterdroppen des Schusses. Also ich würde tatsächlich dagegen wetten. Harpune sollte in den Erste-Hilfe-Kasten rein. Warum? Warum? Äh... Bis später, Pablo. Also die Punkt-C-Datei ist ein Quellcode. Den Quellcode hast du bei einem Spiel, wenn du es runterlädst. Normalerweise nicht dabei. Äh... Der Tomb Raider 4 Quellcode ist allerdings öffentlich. Also Reverse-Engineered. Man könnte das nachschauen. Werde ich jetzt aber nicht spontan machen. Ähm... Das kann ein bisschen dauern. Ich hab gerade die Quelle nicht einfach so parat. Ich meine, es gab einen Leak. Vergleichbar mit dem, was bei Tomb Raider 3 passiert ist. Ah ja, okay. Das ist schon die Quelle. Also wenn man unbedingt wollte, könnte man jetzt nachschauen. Das ist das Reverse-Engineered. Was kann man mit einem Quellcode machen? Naja, im Grunde genommen ist ein Quellcode so die Grundlage für das Spiel, sag ich mal. Also... Ähm... Wenn du den komplett hättest und alle Abhängigkeiten davon und den kompilieren würdest, dann... Herzlichen Glückwunsch, hättest du Tomb Raider 4. Vorausgesetzt, du hast dazu auch noch die ganzen Texturen und so weiter. Modelle. Also im Grunde genommen ist der Quellcode halt die gesamte Logik des Spiels. Man kann ihn lesen, das Spiel verstehen, ihn umschreiben. Ich könnte machen, dass Lara doppelt so hoch springt. Und es geht eine Version machen, in der Krokodile friedlich sind. Es ist die Weltherrschaft über die digitale Tomb Raider 4 Welt. Amit ist, wenn ich mich nicht irre, der, ähm... Wir benutzen hier mal nicht die Explosiv-Ammo. Der Begleiter. Der Begleiter, der einen führt im ersten Level. Auch eine Harpune einfügen. Ja, im Grunde genommen schon. Halt alles könntest du tun. So, und hier benutzen wir einfach normale Granaten. Es gibt keine eigene Engine bei den Tomb Raider-Teilen. Das Spiel ist die Engine. Äh... So, wir haben den vierten... Also die Grundlage von Tomb Raider 3 war halt tatsächlich, wir nehmen den ganzen Quellcode von Tomb Raider 2 und Dokton darin rum. Und, äh, dasselbe ist bei Tomb Raider 4 der Fall. Es gibt aber Teile, wie zum Beispiel die Script-Datei. Da bräuchte man, wenn man sie ändern wollte, natürlich auch noch den sprechenden Tools zum Kompinieren. Das stimmt. C++ ist eine, äh, eine Programmiersprache und bei Tomb Raider 3 kam die schon behelfsmäßig, äh, für den PC-Port zum Einsatz. Wenn ich sage behelfsmäßig, meine ich, es wirkt eher so, als hätte das Management gesagt, benutzt bitte C++ und... Sie hätten so getan, als ob. Ähm... Und bei den späteren Spielen dann generell. H-Datei ist die Header-Datei. Ähm... Die du im Grunde genommen in andere Dateien einbetten kannst, um Funktionen aus anderen Dateien zu verwenden. Ist so ein C++-Ding. C-Ding auch generell. T1 und 2 waren C, wie zu der Zeit die meisten Spiele. So, uns fehlen hier Secrets. Äh, 46. Wir sollten nach dem Level haben 48. Und in dem Raum hier sind noch zwei. Ich muss mich gerade nur dran erinnern... Ah, ich sehe das erste schon. Also C ist im Grunde genommen schon was anderes als C++. Ähm... Aber es heißt C und das andere hat auch C im Namen. Ja, und sogar die Syntax ist angelehnt. C und das Sampler, oder? Ja, genau. Darauf läuft es zu der Zeit meistens hinaus. Da! Da muss ich... Da muss ich irgendwie rein. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Wenn wir Glück haben, geht die Tür einfach auf. Ja. Ja, nee. Hier ist der Aufzug. Er fährt hoch. Und dann haben wir das vierte Secret. Ja, ganz viel Liebe für C-Sharp. Aber das ist, äh... Nicht direkt vergleichbar zu dem, was C oder C++ sind. Äh... Bist du in Spielentwicklung, Softwareentwicklung tätig? Jein. Dann gibt es mich, die das Bedürfnis hat, die 1,25 Liter Cola-Flasche offen neben dem PC stehen zu lassen. Weil sie diese bescheuerten, weil sie diese bescheuerten neuen Deckel nicht mehr zugedreht bekommt. No. Ey, ey, aber das ist genau das, was ich vor ein paar Tagen beschrieben habe, was mir passiert ist. Wie ich, äh... Was? Und ich habe es dann erst im Treppenhaus bemerkt. Ich habe alle drei Zacke und will jetzt nur hier raus. Manchmal verlaufe ich mich hier aber ein bisschen. Gebt mir ein bisschen Zeit. Das ist... Ihr könnt gerade so eine Labormaus beobachten. Äh... Irgendwann finde ich den Weg raus. Aber das hier ist ein bisschen... verwirrend, wie ich finde. Der Sinn ist halt, dass du den Deckel nicht mehr abdrehen, sondern mit... Zusammen mit dem Pfand zurückgeben sollst. Äh... Das ist an sich auch eine sinnvolle Sache. Ähm... Nur wenn es... Wenn der Mechanismus sozusagen dann so blockiert, dass man die Flaschen nicht mehr zubekommt. Das ist Kacke. Habe ich wirklich alle vier Drei-Zacke? Ja. Okay. Auf in den Tempel des Poseidon. Ganz ehrlich, das führt leider wirklich dazu, dass ich... Ich habe auch schon hier zu Hause mit einer Schere diese Scheiße abgeschnitten. Damit ich eine Flasche zubekomme. Ja, gute Frage. Was soll man mit dem Deckel sonst anfangen? Aber es ist nun mal so. Sprite? Sprite? Was ist... Warum damn? Was hast du gedacht? Was ich sage? Du wohnst noch nicht lang genug in NRW. Warum? Spreit? Oh Gott, das klingt ja furchtbar. Na ja, das Problem ist so ein bisschen, dass ich das Wort Sprite im Sinne von 2D, so einem 2D-Bild, einfach halt auch sehr oft höre. Also, es wird schwierig, mich von Spreit zu überzeugen. Äh, Stadt der Toten in Kairo. Da haben dann die technischen Probleme angefangen. Bei Mako heißt das Krapfen. Die Hauptstadt von Deutschland heißt Krapf. Den hat Tomb Raider 4 und 5 leider allgemein auf modernen PCs. Also zumindest bei mir hat es das immer gehabt. Bei unterschiedlichen Grafikkarten, unterschiedlichen Windows-Installationen. Sah immer so Barcode-mäßig aus. Vor einer Woche hatten wir mit einem Patch gespielt, der unter anderem dieses Problem behoben hat, aber seine eigenen Probleme hat. Ich fand's für heute einfach sicherer, die normale Version zu nehmen. Bei mir hat es den Fehler nicht. Ich könnte dir mal erzählen, wie man den fixt. Okay, das würde ich gern für eine gute Idee halten. Was? Nein. Das würde ich gern mal hören. Das halte ich für eine gute Idee. Das wollte ich sagen. Anon. Der... Der sagenumwobene Anonymimus. Dieser Mann hat es geschafft. Möchte das gerne nochmal teilen. Dieser Mann hat es geschafft. Jetzt lass dich mal überlegen. Was waren denn die Zahlen nochmal? 1-3-3-3-7. Ja, okay. 420 Abonnenten und 1-3-3-7 Videos gleichzeitig zu haben. Und ich finde, das verdient einen Applaus. Es ist absolut genial. Der King einfach. Einfach Leben durchgespielt. Hier hatte doch jemand mal gemeint. Man kann drüber springen. Ist mir jetzt so unsicher, weil ich Tomb Raider 5 damit ja noch nie durchgespielt habe. Und halt nicht weiß, ob es vielleicht auch da Probleme geben könnte. Deshalb spiele ich lieber die Ungepatchte. Der Patch in Tomb Raider 5 ist aber absolut Premium an sich, weil er die Skyboxen der PC-Version behebt. Die ja in der PC-Version unglaublich hässlich aussehen. Also wenn du den Barcode im Menü loswerden willst. Ich habe unter jeder TR4-Folge von mir eine Installationsanleitung. Das ist cool. Dann schaue ich da mal nach. Wir haben Drakan The Ancient's Gate gespielt. All of the Flame haben wir nicht gespielt. Vielleicht spiele ich das mal. The Ancient's Gate fand ich eigentlich ganz cool. Video bis zum Ende schauen. Die Glocke aktivieren. Like da lassen. Favorisieren. Ja, ich weiß schon. Und ja, wie gesagt, es gibt so ein Dekompilierungsprojekt für TR4 und 5, aber die haben wir jetzt nicht aktiv. Weil ich mir nicht sicher bin, ob die so weit fertig und spielbar schon sind. Zaren, das ist eine wunderschöne Idee. Du wirst dann sehen, wie gleichzeitig 20 Leute sich 10 Mal Wunschspiele wünschen und ich für den Rest meines Streamer-Lebens nur noch Wunschspiele spiele. Easy, ne? Wie viele Punkte hast du noch mal, Manny? 2,2 Millionen. Okay, also wenn du dir 10 Mal dein Wunschspiel wünschen würdest, hättest du sogar noch genug Punkte, um dir 5 weitere Male dein Wunschspiel zu wünschen. 49, ist das denn richtig hier? Plotwürstig sollte 48 haben, hä? Ne, 49 stimmt, okay. Okay, wir können in die große Bibliothek von Alexandria. 10 Mal bitte Askan. Ich hab doch jetzt... Ich hab jetzt diesen klugen Zettel. Ich schreib Askan einfach mal drauf. Denn das ist auch immer so ein Spiel, wo ich mal nachschauen wollte, was das war und ob man das noch spielen kann. Und wo ich dann den Namen vergesse. Kann sein, dass ich nicht genug Leben hab, um da einfach durchzumogeln mich. In dem Fall müssten wir die Eisgeister kurz noch... Ja, wir müssen die loswerden. Schade. So, Geistkurs. Folgt mir. So, Leute. Geistkurs. %. Nach drei Stunden dreißig in der Bibliothek, das wirkt schnell auf mich im Vergleich zu sonst. Es hat noch nie jemand ein Game namens Trichtersaufen 3D gemacht, los geht's Marco. Ich hole die fehlen Teile vom Larathon nach, ja. Genau, hallo Amazing Grace. Gildo Horn, Gildo Horn, Gildo Horn. Äh, Zenet liegt hinter uns, ja. Ich hoffe, dass ich heute den Mord am Kranfahrer nicht verpasse. So, in diesem Level ist es tatsächlich wichtig, ohne Schaden auszukommen. Weil diese Kreisel fallen hinter uns, werden uns gleich ne Menge Schaden machen. Beim Rückweg. Ich hasste. Wir haben ne Strategie gefunden, mit der man so wenig Schaden bekommt beim Rückweg. Leider habe ich sie mir nicht auswendig gemerkt. Aber wir werden auch so das hinbekommen. Denke ich. Das ist das normale Spiel. Mir war das ein bisschen zu unsicher. Wir waren ja schon auf leichte Bugs gestoßen, mit Dingen, die man abschießt. Um genau zu sagen, dieses nächste Secrets konnten wir ja nur auf Umwegen sammeln. Ja, die Lebensleiste. Oh, die Lebensleiste von dem Reiter war super. Äh. Ich werde jetzt dem Gegner während einer Cutscene eine Granate vor die Füße werfen. Oder ich werfe sie davor schon. Der trifft ihn dann. Sie trifft ihn dann während der Cutscene. Das verwirrt ihn genug, dass er nicht auf das Pferd steigt. Der trifft ihn dann. Der trifft ihn dann. Naja, es ist ja kein Bug, dass Granaten später explodieren. Naja, er kriegt halt Schaden und darauf reagiert er dann. Anstatt das zu tun, was er in der Cutscene normalerweise tun würde. Also im Grunde genommen ist es ein valides Ablenkungsmanöver. Schaden wichtiger als Reiten. Ist genauso wie mit den Typen im Zuglevel. Wenn man da eine Blendgranate schießt, dann springen die ja nicht. Ja, das finde ich ist dann wiederum. Keine Ahnung, das mache ich nicht. Aber man kann das Zielen auf manuell. Auf manuell stellen. Und dann in einem Kampf so schnell schießen. Wie lang geschätzt bis wir TH5 spielen? Hm. Kurz überlegen. So in drei Stunden? Also ich würde sagen, was den Laraton betrifft oder was diese Challenges betrifft, dürften wir hier etwa bei der Hälfte sein. Die Blendgranaten sind ultra nützlich in manchen Situationen und vollkommen nutzlos in den meisten. Aber generell auch die Gegner, die die ganze Zeit mit ihren Säbeln blocken, wenn du drei, vier von denen hast. Einfach eine Blendgranate und dann kannst du völlig unbehindert die ganze Zeit schießen. Niemand blockt was, alle sterben. Naja, kein klassisches Tomb Raider erklärt seine Items. Ich habe zu viel Leben verloren gerade. Was gut ist. Denn ich wäre hier sowieso dran vorbeigelaufen. Wir müssen hier ran ziehen. Es ist nicht der Laraton. Ich spiele nur unter denselben Regeln Tomb Raider 4 und 5 nochmal. Weil doch ziemlich viele Leute sehr unglücklich waren, dass das im Laraton leider gefehlt hat zum großen Teil. Kein Classic TH erklärt irgendwas. Ja, das stimmt. Sie haben... Später... Ich weiß es nicht, Arnon. Also hochgeladen wird es aber. Vermutlich tue ich es auch in die Playlist. Damit Leute, die alle fünf Teile sehen wollen, naja, halt zu diesen Videos finden. Der nicht, Laraton, Laraton. Genau der. Der beste. Davon steht nichts in meinem Heft. Drücken Sie die Springtaste um zu springen. Dankeschön, Werner. Ich wäre nie drauf gekommen. OK! So! Abut! Ah, ich glaube, jetzt kommt auch schon das Planeten-Rätsel. Von Planeten geformt. Von Polynesian bearbeitet. Von Idioten verstreut. Ich mache eine kurze Pause. Und dann werden wir Spaß haben auf diesem Rückweg. Bis gleich. Ich begrüße Sie herzlich zu weiteren Grabräuberin 4-Abenteuern. Ja, ich gehe erstmal runter. Warte, konnte man sich hier nicht einfach hochziehen? Nee. Das waren auch Zeiten. Ja, ja. Welche Farbe hat der PC? Schwarz. Schwarz. Ups. Käse vor, Käse vor, Käse vor. Ich habe da eine Theorie. Nee. Okay. Warte, das gab jetzt besonders viel Schaden. Ich habe da, 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 ich habe da Der Roda-Rosane ist wieder öse zu mir. Och nein, voll öse von ihm. Unten rechts die dritte Tür. Müsste dann die nächste sein. Bedrängnis. Ja, die Räder sind ganz furchtbar. So, ich hoffe, ihr habt euch was zum Lesen mitgebracht. Wir werden jetzt Planeten schieben. Und das dauert genauso lang, wie es sich anhört. Äh, unten rechts vom Eingang aus. Die Tür. Also meine ganzen Richtungsbeschreibungen sind immer vom Eingang aus gesehen. Nicht nur Planeten, auch Sterne werden hier geschoben. Und wir beginnen mit der Sonne. Null. Hallo. Man könnte jetzt auch einfach nochmal kurz ins letzte Level zurückgehen. Ja, aber das ist doch lame. Null. Null. Niemals würde ich cheesen während einer Tomb Raider Challenge Ja, okay Aber heute nicht Tschüss So, gönn mir mal die Erde Ich sag mal bei der Sonne und der Erde ist das relativ leicht Der Mond ist auch recht charakteristisch Theoretisch muss Venus dann der Planet sein denn etwa so groß ist wie die Erde und Mars deutlich kleiner Äh, praktisch spielen hier Größenverhältnisse leider keine große Rolle Ja, ja klar Der Mond hier ist zum Beispiel deutlich kleiner als die Erde ist es mit Kratern übersät Also ich sag mal der Mond, die Erde und die Sonne die kann man leicht erkennen Schön, dass die Griechen offensichtlich schon Amerika und Australien entdeckt hatten Sie wissen außerdem wie die Rückseite des Mondes der sich uns hier immer von einer Seite zeigt aussieht Woher weiß man, wo welcher Planeting hier hinkommt Äh, du gehst davon aus, dass die Erde in der Mitte ist wegen geozentrisches Weltbild und der Rest ergibt sich dann von der Erde aus Also der Mond ist ja dann am nächsten dann kommt die Venus dann der Mars Ja gut, dann eigentlich Jupiter Aber in unserem Fall halt die Sonne Moment, ergibt das überhaupt Sinn? Hä? Ist die Erde weiter entfernt von der Sonne als vom Mars? Jetzt bin ich verwirrt Nee, ne? Eigentlich nicht Oder? Warte Moment Let me google that Also in meinem Kopf ist die Venus natürlich deutlich näher als äh als die Sonne Aber beim Mars bin ich mir grad nicht sicher Wir sind näher am Mars Okay Cool, das wusste ich nicht Na ja Zzzzzzzzzz Liebe diesen Effekt Zzzzzzzzzz Izzu Hallöchen Herzlich Willkommen Sonne ist acht Lichtminuten entfernt und der Maß ca. 4. Alles klar. Hier wieder dieses Rätsel, das im Grunde genommen darauf hinausläuft, dass man jeden Hebel einmal ziehen muss. Sogar doppelt so weit. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja, 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 klar, aber so im Durchschnitt. Oh, äh, da geht's hoch. Von mir ist Mars immer nur so weit entfernt, wie der nächste Supermarkt. Ja, ja. Ja, ja. Ah, der Mond ist absurd weit, weil ich... Also, das wird oft ein bisschen falsch dargestellt. Die Nähe von Mond zur Erde, das stimmt. Ähm... Oben rechts eins. Das ist gegenüber von uns. Ah, warte. Wir müssen nach vorne raus. Und diese Leiter klappen. Schnappen. Oh, nein. Warum bin ich eine Forelle? Blub blub. Wann ist das passiert? Ups. Nein, nur noch 6 Stunden. Hallo der Fell, herzlich willkommen. Auflauf ist im Ofen. Gelobt sei er. Nein. 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 So. Einmal da hoch. Äh, jetzt weiß ich gar nicht. Nachhinein. D-d-d-d-warte. In diesem Raum liegt etwas, das ich brauche. Der hier. Und dann verlassen wir den Raum. Äh, wie ist das denn jetzt passiert? So kann das nicht bleiben, sagt der gute Intermezzo-Mix und donatet 10 Euro. Dankeschön. Vielen Dank für die liebe Donation. Lara, wie sie das olympische Feuer trägt. Circa 1999. Ach ja, die Tür hier geht nicht. Ich... Okay. Ich... Ich... Okay. Wie ist das? Ich... So, was sagen meine Notizen? Unten links drei, zu oben links zwei. Okay. Was auch immer meine Notizen sagen wollen. Diesen Weg haben wir nicht freigeschaltet. Wir müssen den langen nehmen. Kurz gesagt müssen wir einfach wieder hoch. Diese Tür hätte ich von hinten öffnen können. Das Gefühl, wenn LTE alle isst und man den Stream auf 160p schaut, knows. So, oben links zwei, ne? Genau. Yes, he is back. Back again. Wie viele müsste ich haben? 9 und 52. Ja, das macht Sinn. Okay. Also die ursprüngliche Standardauflösung war 360p und später kam HQ dazu, das war 480p. Und dann halt HD mit 27 und 1080p und von da an starteten wir in das Auflösungsgebiet tümmelt. Also die Standardauflösung war 360, damals wenn du YouTube-Video einfach auf Standard geguckt hast. Der Tafel ward dem Sand zurückgegeben, aus dem sie einst entstand, im alten Cairo, nahe der Zitadelle des Saladin. Doch in einem entfernten Jahrtausend wird er einst eine Zeit heranbrechen, in der die Sterne des Orions zusammenkommen. Dann soll die Zeremonie vollzogen und Seth in sein Grab verwiesen werden. Hallo meine Liebe, noch so ein unangemeldeter Besuch. Wie ich sehe, haben Sie die Rolle gelesen, die wir freigelegt haben. Interessante Lektüre finden Sie nicht? Nur dann, wenn Sie wissen, auf was es sich bezieht. Ja, ja, ziemlich korrekt meine Liebe. Die Rüstung selbst ist nichts weiter als eine Kuriosität, aber in Verbindung mit dem Amulett und der Zeremonientafel wird sie zum wichtigen historischen Zeugnis, einige Jahrhunderte älter als die Bibel. Hier steht mehr auf dem Spiel als die Summe bestimmter Einzelteile von Koi. Schon mal was von Armageddon gehört? Kann ziemlich unangenehm werden, selbst für ihre Verhältnisse. Den Geist von Seth wieder bändigen und genau um Mitternacht zur Jahrtausendwende der Statue die Rüstung umbringen und so weiter und so fort. Ich habe noch nie an solchen magischen Ursprungs geklaut. Dummkörse, hinterher! Hinterher! Darf ich präsentieren? Die beste Granate, die man in diesem Spiel schießen kann. Oh, gegenüber fehlt uns noch was. Wird von der Iris verschluckt, aber weigert sich an magischen Hokus-Pokus zu glauben. Ja, ich habe... Renovierter Archäologe. Renovierter Archäologe. So, 53 Secrets sind unser. Ich lasse die Brille dieses Mal liegen. Die Brille soll einfach nur andeuten, ja, das ist der Weg, den Lara dann hochgeklettert ist. Äh, Werner sogar. Wie Fresh Dumbledore mal sagte, ich denke nie und rede viel. Da ist Werner mit seinem massigen Körper hochgeklettert. Das war aus irgendeinem Grund kein Problem für ihn. Wie ist das? Marco singen. Ich habe für Prof schon gesungen. Ich habe sogar rechtzeitig gratuliert. Gratuliert. Gratulation nochmal an der Stelle. So, Cleopatra, was ist los mit dir? Links die beiden Skarabäen und dann nach rechts. Ja, ich benutze den Patch nicht mehr, weil wir zumindest bei einem Secret ja ein technisches Problem mit dem Patch hatten und bevor es da noch andere Überraschungen gibt, nehme ich glaube ich lieber das Barcode-Menü. Weil Marco lieber die doofe Version spielt, die die funktioniert. So, erheben sie sich für die Nationalhymne. Ja. Ah, ah, ah. Ah, drück das bitte. Danke. Dann sammle diesen. Und dann gehen wir schnell hier raus. Tschüss. Danke. So, Tempel der Cleopatra müsste zumindest eins Garabeus beinhalten. Cleopatra's Palast meine ich natürlich. Ups. Der automatische kleine goldene, den kriegen wir, wenn wir die vier schwarzen Skarabeen in dieses eine Ding einsetzen. Und einer dieser schwarzen Skarabeen ist halt, für den muss man schon mal hier in den Tempel rein. Was, was es einfach nur noch verworrener macht, macht sogar, macht, macht, macht. Ihr wisst schon, Mann. Mach, 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 genau. Marco wird erst mal barriereisch. Ich hab's gemacht. Jetzt müssen wir in die Mitte, glaub ich. Ja, barriereisch, wie die Bewohner von Barrieren. Nein, für mich heißt es barriereisch. Oh, fuck. Kann ich Kopf abmachen mit Bumm? Nein. Dann ist auch nicht der bayerische Wald, sondern der barriereische Wald. Okay, du bist Shotgun. Kurz gucken, dass ich die richtigen Pickups hier sammle. In 18 Minuten gibt es Essen. Joi. Nein, daran liegt es nicht. Ich hab diese Frage nur schon sehr oft beantwortet. Und ich glaube, wenn ich sie alle 5 Minuten beantworte, äh, beantworte ich praktisch nur noch die Frage. Deshalb hab ich den Command gemacht. Ähm, ups, ich brauche das da noch. Dann haben wir alles. Ach, vergiss es. Nee, warte. Keine Verschwendung. So. Twitch hat nicht gegönnt. Dafür kannst du nun gucken. Wir kamen bis zur Stadt der Toten. Also direkt, äh, nach diesem Level eigentlich. Nach diesem Level sind wir also wieder da, wo wir von Twitch unterbrechert worden sind. Wann AOK? Hä? Da bin ich nicht mehr. Seit ich erwachsen bin. Wie war das nochmal mit dem Notdienst der Krankenkassen bezüglich akuten Beschwerden? Da gab's ne Telefonnummer. Nein, nein, nein. Nein, Moment. Moment. Wir können das überleben. Ansatz 6, Ansatz 7, genau. Ansatz 6, Ansatz 7, genau. Auf, auf! Tja! Schöne! Lass uns rein. Das letzte Mal musste ich in die Notaufnahme, als Marco gesagt hat, AOD ist nicht Teil des Lachatons. Alter. Alter. Häng noch AOD ran, dann kannst du gleich noch Wernathon abfrühstücken. Vergiss es. Ich kann doch nicht jedes Jahr genau dasselbe tun. Ja, dann müsste ich leider gegen Mai meinen Fokus auf YouTube verschieben. Um das dann aber zu killen durch einen ewigen Jubiläum-Stream, den ich im August starte. Ihr kennt das Playbook demnach schon. Wir brauchen AOD ja nur, bis Werner tot ist. Ja, stimmt eigentlich. Einfach nur als Abschluss das Intro von AOD laufen lassen. Das war der Werner-Ton. Das war der Werner-Ton. Das war der Werner-Ton. Besonders, weil man AOD nicht spielen muss. Das ist richtig. So ist es essentiell, den hier nicht zweimal zu verwendenen Skarabeos. Skarabeos. Und jetzt muss ich ein bisschen rumsuchen. Irgendwo muss ich was geöffnet haben. Ja, da nicht. Ah, das war ja schon der Weg. Upsi. Ja, das brauche ich nicht mehr. Entschuldigung. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja. Entschuldigung, wer schießt denn da? Ach sie! Unhöflich! Doch, doch. Ihr wollt düster? Ich kann euch einen Ort zeigen, an dem niemals die Sonne scheint. Genau, wir sind gestern in 2M3 bis London gekommen. Cool, dass du mich dran erinnerst. Ich bin sehr stolz drauf. 54, genau. Nimm dein Grogi-Sternchen aus dem Chat. So, die Armbrüste. Mit Explosiv-Anmacht, genau. Stirbt Lara auch hier, wenn man Doppelgänger Lara tötet? Yes, das gibt Lara Direktschaden. Und genau deshalb müssen wir Doppelgänger Lara gleich auch verteidigen. Wenn diese Gegner-Lines sich im Level tummeln. Ups. Bin dann mal weg. Viel Spaß noch. Viel Spaß auch dir, Terrorfreak. Universum Fredenthal. Oko. Ach so. Wow. UNTERF treating Vach. Wirklich. Wirklich? Wirklich. 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 Nee Dann ist es ja eigentlich fast schon klüger Oder man ist einfach schnell genug Gut gelaufen No Mets ist der Raum wirklich jetzt nicht Du hast erzwungenen Schaden durch die Hebel an der Wand Du hast Die Fliegefiecher Und dann hast du natürlich auch noch den Raum Der hier nachkommt Der ist richtig gemein Da wir speichern können Hält sich das Ganze in Grenzen Bei den Harpien immer die Gefahr Dass der aufgeladene Angriff Wenn er einen trifft Ja auch vergiftet 54 Ja gut Ich weiß es nicht Ich bin dafür nicht verantwortlich Portalwächter Portalwächer Ist aber auch super Wenn es regnet Hält er das Portal so trocken Ein Gemeinko G�ben 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 Ah, die komplette Rüstung wird einem in Kairo automatisch ins Inventar gelegt. Die hat man auch, wenn man das Level skippt. Gratuliere! Sie haben es also überlebt und kämpfen weiter. Ich denke mal, Sie besitzen nun die gesamte Rüstung. Jean-Yves wird uns nach Kairo begleiten, zugegebenermaßen nicht ganz freiwillig. Ein einfacher Handel, sein Leben im Tausch gegen die Rüstung des Horrors. Und überlegen Sie sich's nicht allzu lange. Mit dem Ausdruck des tiefsten Bedauerns. Ihr Werbe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, Schleichangriff. Hallo, Jan Sollbart. Dankeschön für den Rave. Und hallo Obsidianite. So, Kairo. Ab hier wird es ein wenig stressig. Äh, direkt mal die Explosionspfeile ausrüsten. Um ihn... Das Ziel war, ihn schnell loszuwerden. Den da oben auch. Äh, das geht. Es wäre besser gegangen, aber das ist schon in Ordnung so. Müssen hier ein bisschen Leben sparen. Äh, ich glaub der Revolver... Oh, den hab ich gar nicht gesammelt. Cool. Dieser inaktive Geschützturm hier verhindert übrigens, dass der Speedrun... Ja, so fünf Minuten schneller ist. Ähm... Da hoch. Ich glaube, jetzt können wir auch schon fahren. Elolva. Das lachende Wäffchen. Das ist sehr schön gelaufen. Einmal links rein. Äh... Hauptelement von Kairo... Auf dieser Route, die ich laufe, ist gewisserweise, dass wir einen großen Abschnitt überspringen können, der sich nur darum handelt, Nitro zu sammeln, um schneller mit dem Motorrad zu sein und zwei Sprünge über Abgründe zu schaffen. Das Problem ist, diese Sprünge sind ohne Nitro sehr schwer. Wir werden hier durchaus ein paar Versuche brauchen. Am Ende aber immer noch deutlich schneller sein, als bei Sammeln des Nitros. Wir kommen es darauf an, möglichst viel Anlauf zu bekommen und möglichst gerade drüber zu hüpfen. Das war jetzt ein bisschen schwer, aber wir haben es geschafft. Ziemlich schnell sogar. Rewompas! Stimmt, der Rewompas! Äh... Autsch! Medipacks sind verboten und wir sammeln alle Secrets. Aber ansonsten gibt es keine Regeln. Indirekt ist es auch noch so, dass ich alle Cutscenes durchlaufen lassen möchte. Gedanke dahinter ist, dass zum Beispiel jemand, der Toon Raider noch nie gesehen hätte, einen dieser Teile das Ganze nachvollziehen könnte. Äh... Und es ist ja auch recht nostalgisch. Die einzige Ausnahme davon ist tatsächlich auch Kairo. Weil wir das in einer etwas seltsamen Reihenfolge spielen. Kriegt man das nicht komplett mit? Äh... Aber glaubt mir, es ist besser so. Wir sammeln das Nitro nicht und es gäbe halt eine Sequenz, wenn man das erste Mal den Assisa trifft und das Nitro noch nicht hat. Äh... Wurde einem erstmal sagt, dass man Sprengcodes und das Nitro braucht. Diese eine Sequenz fehlt halt. Den Revolver gibt es auch in Toon Raider 5. Ähm... In Rom. Wenn ich mich da jetzt nicht irre, ich muss zugeben. Aber du musst ja im ersten Level auf so Glocken schießen. Und das machst du ja mit Zielfernrohr und Revolver, glaub ich. Genau in diesem Bereich hatte das letzte Mal es angefangen zu stocken und ein klein wenig später ist es dann ausgegangen. Ja, so ein bisschen. So von der Wirkung her. Also es ist halt eine Pistole, die sehr stark ist. Nicht so overpowered wie die Desert Eagle. Aber du hast halt in diesem Spiel so viele gute Alternativen, vor allem Ambos mit Sprengbolzen eigentlich, dass es sich kaum lohnt, den Revolver für Kämpfe zu benutzen. So, hier gibt es einen schwierigen Sprung. Den ich einmal hinbekommen müsste. Er ist ein sehr schwieriger Sprung. Geduldig. Gedulden sie sich. Ja, ich finde den kacke. Theoretisch müssten wir ihn nicht tun, aber dann wäre das Level hier deutlich länger. Selbst wenn wir jetzt dafür fünf Minuten gebraucht hätten, hätten wir immer noch Zeit gespart. So, wir müssen einmal diesen Hebel umlegen. Dann die Eisfläche auftauchen lassen und dann nochmal auf das Feld. Jetzt brauche ich den Eisgeist. Wir machen das mit Absicht in dieser Reihenfolge, weil es dazu führt, dass das Portal zum Level-Ende geöffnet ist. Eisgeist kommt unproblematisch mit. Und kurz hier runter. Und das war es auch schon. Wir sind... Ne, es gibt noch ein Secret natürlich, aber dann können wir aus der Stadt der Toten raus. Woher weißt du diese ganzen Geheiminfos? Nun zum einen gibt es Glitchless-Speedruns und zum anderen haben wir ja auch Tools, mit denen man sich anschauen kann, wie die Level aufgebaut sind. Vor allem dieses hier. Und das gibt dann eigentlich relativ gute Einblicke da rein, wie man ein Level so spielen kann, wie es nicht geplant ist. Um Bereiche, die einen nerven, zu umgehen. Beim letzten Mal hat es ja nicht geklappt mit der armen Brust und dem Eisgeist. Dann ging gar nichts mehr. Ja, wir haben es dann doch hinbekommen, indem wir gegenüber uns platziert hatten und auf den Eisgeist geschossen haben. Aber diese Kleinigkeiten sind der Grund, warum ich ohne diesen Patch heute spiele. Waren aber nicht der Grund, weshalb es am Samstag abgebrochen war. Äh, am Sonntag. Das war halt, wie gesagt, Twitch, das mein Gesicht nicht mehr mochte. Wo ist bestimmt der Level-Skip-Cheat entstanden? Und wenn mich einfach alles nervt... Ich lege jetzt so einen Hebel um, von dem ich nach wie vor gar nicht weiß, ob wir den umlegen müssen. Aber ich bin halt gerade so in der Nähe, ne? Aber keine Ahnung, ob mir das jetzt was bringt, diesen Hebel umzulegen. Nimmt Mama mit, genau. 56 müsste ich haben. Die hab ich. Auf zur Moschee von Turun. Ich hab sehr viel Lust auf das Resident Evil 4 Remake. Ich hoffe, es wird gut und... Ich mag ja Resident Evil 4 sehr und ich freu mich darauf sehr. Umlegen, wie gewalttätig. Äh, nein! Pazifistisch umlegen. Ganz sanft. So, die Moschee von Turun. Sie hat zwei Sekrete. Eines badet hier in der Dunkelheit. Ich störe nicht. Ich nehme nur kurz die Revolver-Munition. Und die... Ich glaub, das sind Giftpfeile. Wie sehen denn Explosivpfeile eigentlich aus? Die sind braun. Giftpfeile sind grün. Die anderen sind auch braun. Warum nicht einfach rot? Das ist gut. Ja, der Laraton war ja leider wegen technischen Gründen relativ früh abgebrochen, also relativ spät eigentlich. Wir hatten schon die Hälfte von TR4. Und weil einige Leute Dankeschön Intermezzo-Mix, danke. Da steht es. Habe ich jetzt drei Tage in Folge verpasst, wie Marco mich begrüßt oder hat Marco mich nicht begrüßt? Du hast geschrieben. Um 18.39 Uhr und ich habe es übersehen. Entschuldigung. Hallo Kuni, herzlich willkommen. Ne, Moment, das will ich nicht. Nicht die Scheiße. Äh, dafür haben wir keinen Grund. Das war der falsche Hebel. Was wir eigentlich wollen, ist das Secret hier oben und dann raus aus dem Level. was ist das? Was ist das? Ist das der falsche Ausgang? Boah, ne? Das ist der falsche Ausgang. Ja, diese Fliegeviecher gehören zu den nervigsten Gegnern des Spiels. Zusammen mit Fledermäusen. Das wiederum ist ein sehr schönes Geräusch. So, ich erwähnte eben schwierige Sprünge, weil wir kein Nitro haben. Hier kommt jetzt der schwierigere von den beiden. Mal kurz gucken, ob ich... Ja. Der kann jetzt auch gern... Ja, fünf Minuten dauern. Und selbst wenn er das tut, sind wir immer noch besser dran, als das Nitro zu sammeln. Fünf Minuten später. Für Nitro einfach zehn Wumpa-Früchte sammeln. Verdammt, die Wumpa-Früchte. Sie wären die Lösung. Das wird's nicht. Was? Wie schräg und krumm und hässlich war das bitte. Aber ja, gegebenenfalls... Wow. Wofür? Lassen Sie Ihre Waffe fallen. Aziza schickt mich. Helfen Sie mir, Engländerin. Ich verblute hier. Ich versuche, mich zu verstecken, aber diese Dinge, die riechen das Blut, das an mir klebt. Ich komme wegen der Minenfrequenz. Ich muss durch diesen Kaninchenstall zurück zu Aziza, und zwar mit beiden Beinen. Mit Minen kann ich umgehen, nicht wahr? Nicht, dass es uns was gebracht hätte. Unsere Leute sind schon alle tot, aber die Mieten sterben. Wo sind die anderen? Ich brauche die Sprengcodes. Said, mein Kamerad, liegt dort über der Brücke, in der Moschee. Als wir uns zurückzogen, da schoss etwas Neues, unbekanntes, wie ein... Jetzt riss im Schatten hervor und riss ihm den Kopf ab. Die Codes? In seinem Kopf. Im Inneren des Wesens. Ich brauche diese Codes. Untersuche seine Leiche. Oder was auch immer. Verschwinde jetzt. Ich bin schwach. Ich will vorbereitet sein. Für meinen Kopf. So. Gut, dass sie genau den richtigen Namen rät. Den Namen einer Person, die sie noch nie bestellt hat, getroffen hat. In diesem Level gibt es auch den komischen Bug, dass wenn man im Kriechen Dinge aufsammelt, Lara dabei so komisch aussieht. Bestiegen hat. Einmal das. Speichern. Ich glaube, du bist nur ein Medipack. Ja. Ja. Du du. Nein. 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 Da, mit dem defekten Wagenheber. An so einem Ort bekomme ich Gänsehauts. Stimmt, das ist dieselbe Musik wie ganz am Anfang. Du hast recht. Ja, diese Schwärmer an Gegnern werden uns noch viel Freude bereiten. Ne, warte. Andersrum. Ja, das Rätsel mit dem Wagenheber finde ich auch weit hergeholt. Ja. 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 Ja, der Spieler weiß jetzt, dass er zum Springen die Springtaste drücken soll. Was gibt's denn da noch zu erklären für den gesamten Rest des Spiels? Ja. 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 Ja gut, das stimmt. Äh, in den anderen Tombier-Teilen hast du natürlich das Croft-Mana theoretisch. Ja, diese Aufheber-Animation mag ich. Äh, meine ich. Die ist in dem Level ein bisschen kaputt. Ups. Pff! Hüpf. 58. Die müssten 59 haben. Hier fehlt eins. Ah, okay. Ich musste nur einen Schritt weiter. Nee. Einmal dieser. Mal gucken, ob ich mich von selbst daran erinnere. Aber ich meine, hier muss ich nur einmal drüber laufen. Genau, okay. Wir sind richtig. Hatte der seine Granatwerfer sichere Wester? In der PC-Version von Tomb Raider Fiat Lara generell eine Granatwerfer, also sichere Western. Also auch Gegner, die mit Granaten auf sie schießen und auch der Jeep, der mit den Granaten schießt. Das macht dir alles keinen Schaden. Frag mich nicht warum. Das ist in der Playstation Version anders. Der Jeep macht Schaden, höllisch viel Schaden und auch die Granaten dieser Jeep haben. Und dann können wir noch mehr zu tun. Und dann können wir auch noch mehr zu tun. Und dann können wir noch mehr werden. Und dann können wir noch mehr zu tun. Ich glaube, das hier beginnt direkt mit was, ja, mit was. Anon? Das ist nicht so gut gelaufen. Grüße, hallo Mister, was geht Sie das jetzt an? Herzlich willkommen. Oh, ich bin. Hallöchen Melly Wunderland, herzlich willkommen. Wie schön, bekommen wir Teil 4 und 5 doch noch zu sehen. Hier, ey. Irgendeine Tür habe ich gerade geöffnet. Jetzt bin ich verwirrt. Hm, wahrscheinlich da oben. Ja. Das hier ist der Jubiläum Stream, aber wir holen Tomb Raider 4 und 5 nach, weil wir das im Laraton leider nicht konnten, wegen... ...weil Twitch keinen Bock mehr hatte auf mich. Menno. Wir sind hier falsch. Jubiton. Hier ist auch falsch. Jetzt bin ich verwirrt. Ah, der zweite Sarg hat sich nun geöffnet. Oh Gott. Was ist das denn hier auch so verwirrend? Eskalara-Ton. Alles, was da kreucht und fleucht und mich gerade angreift, macht mir übrigens Schaden, ja. Das ist sowas von unfair. In dem Fall auch während der geschnitten Szene. Da will ich nicht hin. Ich will tatsächlich... So, damit haben wir genau die 60 und sind nun im Besitz aller Secrets vor dem nächsten Bereich. So, nochmal die Tür hoch. Vor der Zitadelle. Zitadelle. Und ja, das Fliegegefiech kommt hier nochmal. Äh, wie bin ich denn da reingekommen? Ich glaube, ich brenne. Ich glaube, der hat mich tatsächlich angezündet. Ja, cool. Dieses Mal brenne ich nicht. Ich bin mal kurz weg. Das hier geht ein bisschen länger. Ja. 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 Sie sind eine starke Frau. Lara. Und sie halten sich ausgezeichnet, Sergeant. Sie haben die Kots. Was jetzt? Nichts für Ungut. Nach allem, was wir durchgemacht haben, will ich mich nur absichern. Gegen was? Gegen Sie, falls Sie versuchen sollten, mich aufzuhalten. Irgendeiner muss mit dem LKW-Dach hineinfahren. Kamikaze. Was immer mein Land von mir verleiht. Wir sehen uns im nächsten Mal. Bitte. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Ich würde es nicht glauben. Seth hat von ihm Besitz ergriffen. Nichts wie raus hier, Jean. Gleich wird es hier ziemlich ungemütlich. Er gräbt unter der Zitadelle. Er sucht in der Kreuzfahrergruft nach der Zeremonientafel. Die Tafel, die Seths Beschwörungsformel enthält. Sei vorsichtig, Clara. Ich fürchte, es gibt Dinge in dieser Gruft, die kein Mann je sehen durfte. Ich bin kein Mann, Jean. Und ich bin immer sehr, sehr vorsichtig. Wir haben es. Die alte Zeremonientafel. Nimm sie und bereite alles vor. Und schau nach, ob die Kroftfrau mit unserer Rüstung eingetroffen ist. Er ist von Seth besessen. Er ist von Seth besessen. Weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir diesen Hebel brauchen, aber ich lege ihn mal um. Ja, das ist der, den wir nicht gebraucht hätten. Er ist bis es von Sethen. Wenn man hier in diese Cutscene reinsprintet, dann fällt sie während der Cutscene ins Wasser. Secret Nummer 1. Das zweite ist ganz am Ende erst. Bis zum nächsten Mal, Tomb Raider Christopher. Ich muss hier einmal da hochziehen. Äh, ich glaube, hier ging es doch jetzt weiter. Genau. Die wahrscheinlich längste Hangelpassage der Welt. So ein Duplo wäre voll gut jetzt. No. Aber ich gebe Recht. Wem Recht gebührt. Hä? Ach da. Aja. Aja. Ich überleu mich. Ja, dann ist es jetzt langsam Zeit, vom Revolver zu wechseln. Das Himmelsrichtungsrätsel, an dem ich schon sehr oft sehr lang gehangen habe, bis ich dann gerafft habe, dass man einen Kompass dabei hat. Gut, das da sind nur Blendgranaten. Aber irgendwo hier sind auch noch Supergranaten. Supergranaten. Medipack brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dann müssen sie ja dort liegen. So, Kompass sagt, das ist Westen. Jetzt zeigt er nach Norden. Wir haben hier Westen, das kommt also nach links. Ah. 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 Der Revampas, der heilige Revampas. Der Revampas, der Revampas. Osten, oder? Ja, das hier ist Norden, Norden. Und Osten. Jetzt kommt ein Wasserrätsel, bei dem ich zugeben muss, dass ich das immer nicht so ganz verstanden habe, möglicherweise. Ich glaube, du bist dein Hebel. Ja, erst wenn ich wieder gehen kann. Und hier versteckt sich diese Sorte Hebel. Ja, das ist ein Hebel. Nein! Warum? Moment, der Revolver. Da liegt er doch. Wieder da. Wie geht's voran? Alles super eigentlich? Wir sind in der Zitadelle. Ja. 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 Ihr seid offen. Was das nun für uns bedeutet, weiß ich nicht ganz. Oh, okay, wir sind fertig. Ja, die Hoffnungsmelodie, ich liebe sie. Das ist normal. Das ist, wenn ich kurz das Inventar öffne, um zu speichern. Das ist, wenn ich kurz das Inventar öffne, um zu speichern. Ich kann die Tür auch finden. Ah, sie war direkt hier. Ja, lol. Loll, Marco hat Roffel gesagt. Das ist die Zitadelle aus Tomb Raider 4. Ups. Nein. Jo, wir müssen die Gegner dazu bringen, die Mauer hinter uns einzuhauen, ohne uns dabei zu viel Schaden zu machen. Silberlöwin ist jetzt satt und zufrieden. Yay. Cool. Cool, sie haben nur uns eingehauen. Die kann man nicht sprengen, nein. Leider nicht. Soweit ich weiß, zumindest nicht. Nee. Das ist, wie ich weiß, wie ich weiß. Ja. Richtig nett von ihm, muss man sagen. Ich meine, ohne diese Tempelritter wären wir niemals durch diese Barriere gekommen. Die sind unsterblich, ja. Wo 62 Secrets, noch 8 verbleiben in diesem Spiel. Treten Sie ein, Lara, ich habe Sie erwartet. Kommen Sie, mein Kind. Fürchten Sie sich nicht vor Ihrem alten Kollegen. Ich behältige dringend die Rüstung, die Sie besitzen. Und was kriege ich dafür? Ich garantiere Ihnen Stärke, während alle anderen um Sie herumfallen. Sie erhalten die ultimative Macht, nämlich Überleben und Tod derer, die an Ihrer Seite kämpfen sollen. Und im Gegenzug werden Sie Ihnen zu Füßen liegen und Sie vergöttern. Danke, aber davon habe ich schon mehr als genug. Und nebenbei, gib einem Schakal die Hand und der beißt gleich in den ganzen Arm. Klifft wie ein Irrer. Der arme Werner. Fucking mad. So. Äh. Lass doch direkt mal zu vernünftigerer Munition wechseln. Nein, nicht der arme Pepe Hans. Hallo zusammen. Wie schön, dass der Laraton doch noch beendet wird. Das versüßt mir den Samstag. Yay. Hallo Snugglies. Das verwüstet mir den Samstag. Ach quatsch, was mache ich denn hier? Wie sieht es mit der Shotgun aus? Äh, wir haben nur noch die Ranz-Munition leider. War da nicht. Irgendwo hier muss noch ein Secret sein. Oder habe ich das jetzt? 62? Nee. Ach, ich glaube hinter dem Regal. Hallo Yanni Yugi. Ihr auch einen schönen guten Abend. Es ist am Regal vorbei tatsächlich. Also es ist eine knappe Sache, aber es ist ganz knapp kein Glitch. Soweit ich weiß. Wir ziehen das Regal mal aus dem Weg. Mein Problem ist, dass ich mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher bin. Also holen wir einfach das Regal aus. Holen wir es einfach nach. Ja, jetzt ist alles, wo es sein sollte. Ja. Jetzt ist alles, wo es sein sollte. Ah! 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 Okay, wir haben beide erwischt. Sehr schön. Also soweit ich weiß, bin ich kein Bauchredner, nein. Die Inschrift lautet. Eines Nachts erschien mir im Traum der Geist der Sphinx. Bevor er wieder verschwand, sprach er zu mir Worte von großer Weisheit. Du scheiße Nub. Dankeschön, Mugrimagi. Wie bei dir muss auch meine Freiheit vollkommen sein, du scheiß Noob. Ein Bauchredner, der undeutlich spricht und zugleich Raumparfumeur ist. Ach nee. Ach nee. So, dieses Level ist uns glaube ich aus diversen Challenges wohl bekannt. Und... Doch doch, die Schaufel hat zwischen dem Granatwerfer und der Armbrust noch etwas Platz gefunden. Eine Tür müsste nun offen sein. Diese. Ah, wir beginnen mit dem besten Raum, ne. So. So. Nee, es fängt mit dem Vogel an, verdammt. Und... Finalis, dankeschön für den siebten Resub. Markus Schinken sind die besten. Jöi. Ja. Puh. Ja. So, einmal durch, meine ich. Bekomme bei Unterwasserpassagen immer Beklemmungen irgendwie. Oh,... Ah. So, so, so. So, Pfff! Das wäre das fünfte, verdammt. Kurz nochmal Luft holen. Das wäre das fünfte, verdammt. Das wäre das fünfte, verdammt. Das wäre das fünfte, verdammt. So. Okay. Okay. Rechts, mitte, links wäre das nächste. Wobei fairerweise Tomb Raider 3 gar kein so richtiges Unterwasser-Labyrinth hat. Also sie konnten sich ja gedulden bis zum vierten Teil, bevor sie unbedingt eins haben mussten. Hallo Laura mit dem Nudelholz. Herzlich Willkommen. Da muss ich nicht hin. Wo laufe ich denn hin? Ja. Hup. 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 Okay. Man könnte denken, du ballerst einfach aus Sparswild umher. Es ist halt teilweise absurd, mit genügend Distanz, wie lang diese Fledermäuse überleben. Ups, das... Ach nee, das ist richtig. Pflegermäuse. Ups, das ist eine Falle. Das nicht. Das ist eine Falle. Ja, in Tomb Raider 1 sind sie insofern auch noch nicht ganz so nervig. Sie sind sogar erträglich. Aber hier in Tier 4, ich weiß nicht. Nein, 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 nein. Nö, wir haben 4 Fünftel von Tomb Raider 4 hinter uns. 4 Fünftel von 4, dann 5. Okay, ja gut. Äh, links, Mitte, rechts. Hallo, der mit Nase. Herzlich willkommen. Die, in denen wir noch nicht drin waren, schließen sich hinter uns. Ja. Da ist es. Winsch. Ah. 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 Mitte, links, rechts. Äh, ja, Pute? 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 Jeder hat das Recht, gefressen zu werden. Oh, Pute? Oh, Pute? Oh, Pute? Oh, Pute? Pute? Natürlich. Ich beneide deine chirurgische Schneidegunst. Dankeschön. Nein, ich hatte einfach keine angenehme Alternative mehr für die Krokodile. Nein, ich hatte einfach keine angenehme Alternative mehr für die Krokodile. Ich habe einfach keine angenehme Alternative mehr für die Krokodile. Das hier war ein PS1-Spiel von 1999. Äh, 5. Tomb Raider 1, 2, 3, 4 und 5 kamen 1996, 1997, 1998, 1999 und 2000 raus. Die Artefakte sehen auf den ersten Blick aus wie ein Stiefel aus Stein. Ja, ein Stiefel aus Stein, um Seet in den Arsch zu treten. Und mit diesen Worten erreichen wir die große Pyramide, wo wir eine kurze Pause machen. Bis gleich. Abenteuer mit Lara. Hier sind wir. Äh, vielleicht das Mikro noch an den Mund. Das funktioniert meistens besser. Willkommen zurück. Dankeschön. Makulein. Okay, drei Schuss halten die aus. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü. Es ist einfach Mund auf und haben. Genau, ich wollte gucken, wie viele Secrets sind denn hier eigentlich? Eins. Ah, das, wo man jetzt Korpion schnell genug töten muss. Okay. Marco trinkt sein Essen mit dem Strohhalm. Ich habe keinen Schlüssel dafür. Den müssten wir vielleicht noch holen. Explosionsmunition kann man bei dem Skorpion schlecht benutzen, weil dann sprengt man den Typen weg, den man retten will. Das ist mir leider oft genug passiert. Deshalb benutze ich gerade spezifisch die Explosionsmunition und später andere. Aber anscheinend habe ich auch das Level verpasst. Äh, verwechselt. Ah, warte. Nee, nee, ich habe das Level nicht verwechselt. Ich bin nur zur falschen Seite gerannt. Zuerst. Damit haben wir das eine Secret des Levels und von dem Typen bekommen wir dann sowohl den Schlüssel für die Tür da oben als auch äh, einen anderen wichtigen Schlüssel für ein Secret später. So, es reicht, wenn man die Pist, die, das Gewehr benutzt. Vorausgesetzt man hat rote Munition. So, und die haben wir. Ich war schnell genug. Hm. So, was war das? Das war genau ein Secret in diesem Level und wir haben den Waffenkammer-Schlüssel bekommen. Genau. Der ist dann später für das vorletzte Secret des Spiels. Ähm. Hinüber. Ich weiß gerade gar nicht, wie weit man hier hangeln muss. Ist das schon? Hier? Ja, hier mehr. Okay. 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 Ich kenne das Lied nicht. Nein. Aber okay. Es ist ein Lied. Ich kenne das Lied. Ich kenne das Elie. Ich kenne das Kopf. Ah. ında. Ah! Ah! Gute alte Menkauro, sagt Hallöchen. Ganz viele Zombielines, einmal den Revolver, ich möchte was ausprobieren. Okay, das geht nicht mehr, das war dann nur in der Demo. Ja, ich wollte mal gucken, ob man den den Kopf abschießen kann. Ups, das ist nicht, wo ich hin wollte. Schade. Es schien so gut zu laufen. Schade. 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 Okay. Das war ein bisschen übertrieben hoch vielleicht. Das war ein bisschen. Das war ein bisschen. Lass mich durch, Junge. Schwing die Pute, was? So, hier irgendwo, genau da. Fertig vergessen, dass diese Klinge da kommt. So, hier irgendwo. schön so und das hier hat auch nur ein einziges Secret ja ich muss mal Don Puterich Bild sehen, Moment sehr schön Gute 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 Das war's für heute. Oh, gut. Schöner Zufall. Aber ja, ich wusste von dem Secret. Ich war mir nur nicht sicher, ob man so da landet. Hinter uns liegt der Tempel im Tal. Auf geht's zu den Mastabas, dem im Grunde genommen letzten wirklichen Level des Spiels. Also, damit meine ich umfangreichen Level des Spiels. Äh... Warum hab ich denn Uzi? Ist ja widerlich. Schnell verballern. Schönes Gestrimme an Marco und Chatlines. Hallo, Fisch an der Tisch. Habe ich gerade eingesammelt? Ach ja, stimmt. Das Secret war die Uzi. Es gibt hier eine Falltür, die beinhaltet das Secret, meine ich. Des Levels. Hier. 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 Ich stelle mich niemals über meine Gürter. Ich krieg da rein. So muss es sein. scheiße einmal bitte die Armbrust mit der schweren Ammo wenn man es hier schön einstellt und das haben wir anscheinend zerstört diese eine diese eine Granate halt auch die Juwelen in den Löwenköpfen die sind rein und öffnet diese Tür jetzt endlich eingeflauscht Joi mein damit habe ich nicht gerechnet habe ich die Flasche kleine Feldfleisch Yay endlich wieder Marco und Lara Hallo zusammen Hallöchen Kajakfreak Dankeschön für deinen 16. Resub Ah 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 Nein, das war ein bisschen Overkill. Upsi. Oh, was cool. Oh, was cool. Oh, was cool. Oh, was cool. Mellan Zinnos, wadda? Oh, äh, links glaube ich. Glaube ich zumindest. Ah! 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 Nee, das war falsch. Ich freue mich auf Teil 5. Joi. Gleich ist es soweit. Wie schon gesagt, das hier ist das letzte wirklich umfangreiche Level. Wir sind im Endspurt. Dafür, dass es Tomb Raider 4 ist, finde ich das nach 6 Stunden auch tatsächlich ganz gut. Ah! 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 Ich halte mich mal zurück. Eine Fuckhöhle. Och du Scheiße. Als ich die aufsammelte, ahnte ich möglicherweise noch nicht, dass da gleich zwei Hunde sind. Wirf die mal weg. Sammelt das. Ja, ist jetzt eine doofe Situation. Ich habe die Fackel nicht mehr. Ja, sie ist auch nicht mehr im Raum. Laden. Wir müssen also auf jeden Fall die Gegner töten, bevor man die Hunde tötet. Äh, die Gegner töten, bevor man die Fackel sammelt. Peter, Hallöchen, herzlich willkommen. Marco, du schönes Olivenbrötchen, lass dich mal zart anschneiden und mit Knoblauchbutter bestreichen. Und hallo auch an alle Knoblauchbällchen im Chat. So, Peter Lino. Peter Lino. Dann lass uns mal das entsprechende Zeug da einfüllen. Das hier ist die Erde, dafür brauche ich Sand. Das ist die Sonne. Ich brauche Öl und Feuer. Und das ist Wasser. Ich brauche Wasser. Drei Liter, um genau zu sein. Äh. Nein. 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 Das war's für heute. Ich beginne mal mit dem ersten. Nee, das ist einfach nur ein Medipack. Du hast das legendäre Unterwasser-Labyrinth knapp verpasst. Und wenn ihr jetzt so 30 Minuten in die Vergangenheit reist, siehst du es. Ich bin untröstlich und bitterlich enttäuscht, wie ich hoffe. Ich meine fürchte. Da werde ich Arrivé und ich werde dich dabei beobachten. Nee, das werde ich Arrivé und ich werde dich dabei beobachten. Ich bin immer enttäuscht. Ich bin immer enttäuscht. Nein, ich bin vergiftet worden. Ja, die Lebensanzeige ist nur ein Vorschlag, aber vergiftet zu werden, das hat Hand und Fuß. Aber niemand enttäuscht mich seit so vielen Jahren so liebevoll und konstant. Muss auch mal gesagt werden, wie es ist. Yay! Das ist mir eine Ehre. Fest. Nein. SWISS TINA SWISS Das war's für heute. Speichern wir mal und ziehen den rechten Hebel. Alles andere, was man in diesem Raum machen könnte, kann nur schlecht sein. Der Affe backt gerne mal rum. So, das sind die Mastabas. So, das ist die Mastabas. Es gibt noch genau drei Secrets in diesem Spiel und ich kenne sie. Okay. Fünf muss doch der Revolver sein. Ne, vier. Vier, okay. 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 So, das war's für heute. Stimmung! Nur noch zwei Sögröterönes, aber dann Grabräuberin 5. Sind jetzt auch nur noch zwei? Ja, dann weiß ich welche beiden. Wie stylisch denn diese Cutscene geslidet ist. Ja, meine Nemesis, ne? So sehen wir uns wieder. Ich müsste außerdem drei Schaftschlüssel haben. Eins, zwei, drei. Okay. Lara kann bremsen. Genau. Hauptsache schafft. Oh. Das war eine sehr schnelle Reaktion. Du, 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 du. Du, 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 du. Wer wirft denn da mit Steinen? Wer ohne Sünde ist, glaube ich. Ja, Laras Taschenorchester ist gerade ein wenig eingerostet. Okay, alles gut. Irgendwas muss er doch tun. Irgendwas muss er doch tun. Okay. Jesus wirft mit. Ähm. Oh, nee. Mit Lara. Oh, nee. Okay. 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 Pff, nee. Ich bin da falsch, glaube ich. Äh. Ah, ich sehe meinen Fehler. Ziehst du noch bis 1 Uhr durch? Ja, ich denke schon. Ich glaube, ich bin falsch. Ja, ich glaube, das war falsch. Ja, ich glaube, ich bin falsch. Der Strim endet erst, wenn der dicke Alarm gesungen hat. Genau. Ja, ich weiß nicht. Ich bin falsch. Oh. Ich bin falsch. Der Waffenkammer-Schluss. Ach ne, das hier ist gar nicht die Waffenkammer. Upsi. Ich wollte den Skorpionen treffen, aber das hat nicht so gut funktioniert. Allerdings haben wir von der Explosiv-Munition auch noch 16 übrig. So, jetzt Sekret Nummer 69. Time Pride. So, jetzt geht's. Äh, ich hab vorgelesen, was Iso geschrieben hat. Ich hab nicht gesagt, morgen gibt's Oblivion. Das kann ich nicht wissen. Nein! Alter! Dankeschön. Was war das denn grad? Das lief nicht so gut. Äh, beides ist möglich, Melly. Kommt drauf an, wie Tomb Raider 5 läuft. Also, es ist durchaus möglich, dass wir das heute durchspielen. Ist jetzt nicht so, dass das zeitlich nicht mehr möglich wäre. Heute meine ich, wenn ich bis 1 oder 1.30 Uhr durchziehe. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh, äh. Dieser eine gemeine Drecksstein, der überhaupt nicht aussieht wie ein verschiebbarer Stein. Weil man in der gesamten Tomb Raider Serie davor gelernt hat, verschiebbarer Stein ist halt ein Quader. Wir hassen ihn, ja. Und mit Recht. Und mit Recht. Beobachten Sie, wie dieser Streamer unter Aufwendung seiner gesamten Rechenkraft eine Karte in seinem Kopf zeichnet. Und es funktioniert. Dankeschön. Naja, was ich wusste ist, dass du betrittst dieses Labyrinth und direkt vor dir ist praktisch schon das Ziel. Du musst also immer, wenn du auf einen Abweg gegangen bist, weil es nicht anders ging, darauf achten, wieder auf den Weg zurückzukommen. Das ist an sich dadurch sehr simpel. Ich weiß nicht, vielleicht würde es sogar links funktionieren. Warum bist du so toll und legendär, lieber Marco? Stop it. Du, 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 du Nein, da ist ein Loch in meiner Fame-Tüte. Ah! Entschuldigung, ich finde das ist angemessen gewesen. Äh... Zero chill. Moment kurz Oh, hier bin ich wieder Soll ich mir noch was zu essen machen, wenn du möchtest, Louis? Und danke schön, Anthony Danke schön, Peter Danke schön, Mokri Schätze, mein Stealth-Nieser hat nicht so gut funktioniert Oh, hier bin ich Wären sie eigentlich wieder krank? Na Da sind wir Ja, hier bin ich Ja, nee, egal, ich hau ab Ähm Schade Da gönnt ihr viermal Schaft mit aller Kraft Erst lesen, dann vorlesen Das war tödlich In der Tat Und da haben wir es Das letzte Secret des Spiels 70 von 70 Secrets Und 43 Kilometer zurückgelegte Entfernung Nur 70 von 70 Secrets Mangelhaft Schade finde ich persönlich tatsächlich Äh, dass das, dass das Tor zum Ende zu ist Irgendwas muss ich übersehen haben hier oben noch Aber was soll's Aber was soll's Wir haben 70 von 70 Secrets Kann man doch auch mal Gönnen Vielleicht ist jetzt hier gegenüber noch was aufgegangen Wo ich Ja, okay Ja Ein Schalttör Und damit öffnen wir die Tür Und damit öffnen wir die Tür Ach, Mann Irgendwann werde ich lebendig dahin kommen Ach, Lea Das ist schade So wirkt es nicht ganz so bedrohlich Leute Willkommen im letzten Level Mit 70 von 70 Secrets Wir benötigen 2 Liter Wasser Wir haben einen 5 Liter und einen 3 Liter Behälter Um daraus 2 Liter zu bekommen Müssen wir die 5 Liter Flasche füllen Und in die 3 Liter Flasche tun Das Verbleibende in der 5 Liter Flasche Das sind 2 Liter La 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 Jetzt brauchen wir 4 Liter. Ähm. Wir füllen die 5 Liter Flasche nochmal. Tun sie in die 3 Liter Flasche. Ach Quatsch, die ist ja voll. Ja, das ist natürlich doof. Ich will auf jeden Fall 2 Liter zurückhaben. Ähm. So, da habe ich 2. 3 Liter kurz nachdenken. Ich kippe die 3 Liter aus. Tue die 2 Liter in die kleinere Flasche. Tue hier erneut 5 Liter rein. Terminiere das wieder und hier haben wir 4 Liter. Ah ja, stimmt. Wir haben das Spiel nicht beendet und sind am Stück bis hier hingekommen. Deshalb stürzt es dort ab. Das tut es jedes Mal. Das ist gerade nichts Unerwartetes. Ich habe es nur vergessen. Springen. Springen. Aktion. Waffe ziehen. Fackel benutzen. Ja, wenn man Tomb Raider 4 am Stück, ohne einmal das Spiel zu beenden, bis zu dieser Stelle spielt, dann stürzt es ab. Also ja, wenn man Tomb Raider 4 einfach nur ganz normal am Stück spielt, stürzt es ab. Frag mich nicht, irgendwas schädliches noch im Speicher. Keine Ahnung. Äh, no Loops, no Mets. Wirklich an einem Stück ist unmöglich, genau. Und deshalb gibt es in den No Load No Mets Challenges, die es so gibt, praktisch ist es hier erlaubt, einmal zu speichern, das Spiel neu zu starten und zu laden. Weil es halt anders nicht möglich ist. Äh, Playstation Version weiß ich nicht. Jetzt habe ich hier 3 Liter drin und in der anderen Flasche 2 Liter. Ähm, wie komme ich auf 1 Liter? Mach sie leer! Ich weiß wie. Nein, ich wollte sie auskippen. Auskippen, die 3 Liter Flasche da einfüllen, die 3 Liter Flasche nochmal füllen und wieder da einfüllen. Ich habe auch keine Ahnung. Das war genauso geplant. Natürlich! Stimmt. An der Seite eher runterlassen. Äh, das weiß ich tatsächlich nicht, ob es im Speedrun ebenfalls abstürzt. Im Glitchless All Secrets Speedrun. Müsst ihr ja eigentlich. Ne, No Load No Mets stürzt es ja. Aber Glitchless All Secrets? Keine Ahnung. Ich würde davon ausgehen. Es macht keinen Sinn, wenn es nicht abstürzt. So, es ist das letzte Level. Ich bin gehyped. Hallo Champ. Herzlich Willkommen. Das hier ist noch Teil 4. Wir sind im letzten Level davon. No. No. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Er ist unsterblich Das ist nur das Menü, wenn ich speichere Das Menü ist leider verbuggt Das ist glaube ich eine Stelle gewesen, wo man hangeln soll Aber anscheinend geht es auch ohne Interessant Das ist die normale PC-Version Aber Das Spiel ist halt sehr alt Und aus irgendeinem Grund Auf jedem neueren PC, den ich hatte Also diesem einen Vor Jahren Hatte ich immer diesen Bug Und das hier ist die Steam-Version Ah ne, das ist die GOG-Version Entschuldigung Aber bei der Steam-Version habe ich dasselbe Unabhängig davon muss ich aber sagen Dass es echt erstaunlich ist Wie gut die Toon-Mader-Teile Auf äh Neueren PCs laufen Ich dachte du benutzt ne Warte, nein Das ist ein Das wollte ich nicht Lara Mach doch keinen Schwachsinn Geh doch wieder zurück Wir dürfen natürlich Nicht einfach da durchklettern Das ist verboten Äh, das mit der Mod Genau Die habe ich nicht benutzt Ähm Beziehungsweise Wo ich die Gelegenheit hatte Habe ich mich dagegen entschieden Sie nochmal zu benutzen Weil Weil es da noch Kleine Bugs beim letzten Mal gab Die uns Es nicht möglich gemacht haben Auf So Sachen wie Zielscheiben Zu schießen Hat sich die Grafik Innerhalb der ersten vier Teile Eigentlich wesentlich gestärkt Ja 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 Auf jeden Fall Das hier mit seiner dynamischen Beleuchtung Und allem Ist nicht mehr vergleichbar Mit Toon-Mader 1 Äh Dann kommen noch die Viel mehr Polygone hinzu Die das gesamte Spiel darstellen kann Hallo Nein Menno Distanz lese ich gleich vor Vor dem Level Ende Distanz Sind 4-4 Ja Gerundet 45 45 Kilometer Und hier habt ihr es Ein Pixel vor Level Ende Es hat sich nicht groß was geändert Nein, nein Im gesamten Spiel Schnell Mädchen Bevor ihr alles zusammenbricht Sie wieder, Werner Kein Seht mehr Ja, ja Keine Zeit jetzt Ihre Hand Lara Geben Sie mir Ihre Hand Ja, ja Keine Zeit jetzt Ihre Hand Lara Geben Sie mir Ihre Hand Gut sie wieder zu sehen Geben Sie meine Hand Ich ziehe sie hoch Du scheiß Noob Wie sie halt wieder gesnipet hat Dankeschön Diejeni So Leute Das war Tomb Raider 4 Von Anfang Bis Ende gespielt 70 von 70 Secrets Und keine Heilung Bababambambambambambambambambambambambambambambamb Dachten wir noch Wir werden Lara nie wieder sehen So sollte es enden Und dann kam Tomb Raider 5 Es ist Zeit für Katzen gejammer Oh, die Credits sind recht kurz Dachte man das damals eigentlich wirklich Ja Ich würde davon ausgehen Du nicht Wer hat es da schon Tomb Raider 5 Ja, okay Spielst du regelmäßig Thea Ja Ja Also ich spiele sehr viel Tomb Raider Dann folge ich dir Yoey Äh, 50% 50% Ne, 50% Ich habe es ja mal ausgerechnet Es schwankt Zwischen 30 und 50% Dachte Aude Wäre da schon in Präproduktion gewesen Schinken Soweit ich weiß Hatte Core Design Nach Tomb Raider 4 Schlichtweg keine Lust mehr Auf Tomb Raider Und Musste dann Tomb Raider 5 Noch raushauen Intermezzo Mix Danke für dein Geschenk Sub an Charm Schaffst du es bis 0 Tun wir ja 5 durchzukriegen Schauen wir doch einfach mal Äh, unmöglich ist es nicht 4 Stunden haben wir noch Also gut, bis 0 haben wir natürlich 3 Stunden 3 Ja, aber du würdest ja jetzt nicht wegen einer Stunde aufhören Ne, ne Das würde ich da noch Tun bei der Chronicles So, habe kurz das Spiel umgestellt Leider habe ich dazu keine Berechtigung Ähm Twitch jetzt Ich muss manchmal das aktualisieren Lohnt es sich noch TH5 anzufangen heute? Also wir schaffen locker mehr als die Hälfte Insofern ja Das lohnt sich auf jeden Fall noch Mehr als die Hälfte schaffen wir locker Ob wir es komplett durchschaffen Das weiß ich nicht Äh tej Hälfte ist schön Wir Wir Wr evitar Wir авлив oder Wir were slash